Der SRB-Talk zur Bundestagswahl 2013 in Kooperation mit dem Markus Verlag. Moderation Didi Bujak. Die Zeichen stehen auf Wahlkampf. Wer das nicht durch die Stadt fahren, sieht, dass überall Plakate hängt, der hat die Zeit verpennt. Und wer nicht wählen geht, der hat natürlich auch die Zeit verpennt. Und wer noch immer nicht weiß, wen er wählen soll in rund drei Wochen zur Bundestagswahl, den möchten wir jetzt ganz herzlich da draußen im Internet oder auf 101,4 im UKW begrüßen. Denn wir haben einfach mal Leute eingeladen, von denen wir rein mengenmäßig denken, dass sie die besten Chancen haben, in den Bundestag einzuziehen. Ich möchte Ihnen gleich den Zahn ziehen, dass man eine Bundeskanzlerin oder einen Bundeskanzler direkt wählt. Nee, nee, Sie müssen erst mal hier aus Ihrem Wahlkreis jemandem im Direktmandat eine Stimme geben. Sie haben dann die Möglichkeit, in einer Zweitstimme eine favorisierte Partei oder Gruppe zu wählen. Und dann gibt es noch Überhangsmandate und Ausgleichsmandate. Aber damit nerve ich Sie heute nicht. Ich freue mich, dass Frau Stauche, Herr Majewski, Herr Korszewski und Herr Borchardt unserer Einladung gefolgt sind. Und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an den Markus Verlag, der uns ein brillanter Gastgeber ist. Die Technik hat Jörg Sorge, ich heiße Didi Bujak und ich sage es einfach mal, Frau Stauche, Carola Stauche, Sie treten ja wieder an. Sie sind nicht nur die einzige Dame, sondern auch jemand, der hier was zu verteidigen hat. Vielleicht sagen Sie einfach mal, wer oder was Sie als Person sind. Ja, mein Name ist Carola Stauche, bin geboren in Ernst-Gereuth. Jetzt gehört es zu Saalfeld 1952. Bin in einem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen. Habe dort auf der Saalfelder Höhe meine mittlere Reife gemacht. Und bin dann nach Schwarza ins CFK, habe dort Chemiefaser-Facharbeiter gelernt mit Abitur. Bin dann nach dieser Ausbildung nach einem Jahr Laborantentätigkeit nach Rohrbach gezogen und bin dort in die Gastronomie gegangen. Dort habe ich 20 Jahre gearbeitet, habe mich nochmal neu qualifiziert vom Facharbeiter und dann auch zum Gaststättenleiter. Und 1990, dann war dieser Abschnitt meines Lebens vorbei und bin dann eigentlich über die friedliche Revolution zur Politik gekommen. Bin im Gemeinderat Bürgermeister und dann Verwaltungsgemeinschaftsvorsitzende geworden. Habe mich in der CDU sehr engagiert, habe im Gemeinderat gearbeitet, im Kreistag. Und so ging es dann weiter. Seit 1995 wurde ich dann Verwaltungsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Mittleres Schwarzertal im Schwarzertal und das bis 2004. 2004 bin ich dann über die Liste in den Landtag eingezogen und war bis 2009 Mitglied des Thüringer Landtages. Danach bin ich die direkt Abgeordnete, Bundestagsabgeordnete der CDU für die Region, Saalfeld-Rudelstadt, Sonneberg und Saale-Urler-Kreis im Bundestag gewesen. Frau Stauche, ganz lieben Dank. Sie kandidiert natürlich für die CDU, sie hat es selber gesagt. Für die SPD möchte natürlich hinein der Christoph Majewski. Schön, dass Sie da bei uns sind. Guten Abend. Schönen guten Abend auch an die Zuhörer draußen. Ich nehme auch gerne die Gelegenheit wahr und stelle mich eben mal vor. Sie haben es betont, ich bin der Herausforderer. Ich bin Saalfelder, bin hier in Saalfeld geboren 1972, ist auch schon ein paar Jahre her, inzwischen 40 Jahre alt. Bin hier auch aufgewachsen, in die Krippe, Kindergarten gegangen, in die Schule gegangen. Die Schule gibt es heute leider oder vielleicht zum Glück nicht mehr. Das ist die ehemalige William-Pick-Schule gewesen, wo heute die Marco-Pole-Schule steht, die aus meiner Erinnerung zumindest doch wesentlich schöner ist als die alte. Habe hier dann auch Abitur gemacht. Zwischendrin, das waren genau die Wendejahre, habe ich im Thälmann-Werk, hieß das damals, eine Ausbildung gemacht. Kurze Zeit habe die dann abgebrochen über die Wendeturbulenzen hinweg und dann, wie gesagt, hier Abitur gemacht. Im Anschluss daran habe ich Zivildienst beim Deutschen Roten Kreuz in Saalfeld gemacht. Da waren so meine, wie ganz viele, die Aufgaben Behindertenfahrdienst und wir haben Essen auf Rädern gemacht und so weiter. Also alles, was man da so machen muss, damals noch anderthalb Jahre lang. Und im Anschluss daran habe ich dann studiert in Jena. Viele aus Saalfeld, aus der Gegend machen das ja in Jena. Volkswirtschaftslehre ist mein Beruf, den ich dann auch abgeschlossen habe dort. Hier und da habe ich mal ein bisschen geschnuppert in anderen Fächern. Aber ganz intensiv habe ich mich in Jena, vor allem in der studentischen Selbstverwaltung engagiert. Ich war dort jahrelang im Studentenrat, Fakultätsrat, sogar Senator der Universität war ich dort, wo so meine ersten Kontakte dann auch mit der Politik kamen. Nicht Parteipolitik, ich bin sehr, sehr spät erst in die SPD eingetreten. Das war 2000 erst. Aber auf nicht parteipolitischer Ebene habe ich mich da schon recht früh engagiert. Ja, ich habe auch zweimal im Ausland studiert, vielleicht um das abzurunden. Einmal in Frankreich, in Paris, ein Jahr Volkswirtschaftslehre dort in der Maitrice. Und dann später im Studium nochmal ein halbes Jahr in Newcastle, Pontine. Auch Economics, also Volkswirtschaftslehre und Philosophie, um dann so ein bisschen das abzurunden. Bin verheiratet, habe zwei Kinder und freue mich, heute Abend hier zu sein. Ganz lieben Dank unserem Herausforderer, Herr Majewski. Und jetzt sind ja die Herausforderer, die gesät. Ich freue mich auch, dass die Linken mit uns am Tisch sitzen. Herr Knut Koroschewski, was sind Sie so für ein Mensch? Also ich bin erst einmal ein sehr offener Mensch. Ich will aber auch erst einmal einen schönen guten Abend sagen. Ich freue mich auch hier zu sein. Auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen am ETA. Ich bin 52 Jahre alt, bin geboren in Sachsen-Anhalt und habe dort auch die Schule besucht in Seehausen-Altmark. Und bin nach Thüringen 1979 gekommen. Ein bisschen anders, als es normal üblich ist, habe ich nach dem Abitur nicht gleich ein Studium angefangen, sondern habe zum damaligen Zeitpunkt gesagt, nein, ich will erst einmal ein bisschen vernünftig arbeiten. Und bin 1979 zur Feinmisszeugfabrik nach Suhl gekommen und habe dort gearbeitet. Ganz normal als Schichtarbeiter, als Schleifer, habe Schleifer gelernt, habe zwischenzeitlich Physik und Technik elektronischer Bauelemente in der TU Ilmenau studiert, was ich aus gesundheitlichen Gründen dann aufgeben musste und bin wieder zurück in die Feinmisszeugfabrik Suhl, habe dann meinen Meister für Feinwerktechnik gemacht und bin eigentlich erst 1989 so richtig auch zur Politik gekommen, nämlich mit der Wende, habe ich mir gesagt, das kann doch nicht alles gewesen sein. Jetzt willst du dich auch ganz aktiv in Politik einbringen, jetzt willst du mitgestalten und jetzt willst du mit dafür sorgen, dass sich auch in dieser Gesellschaft etwas verändert. Und so bin ich zur Partei Die Linke gekommen, damals PDS. Ich bin seit 1991 Landesgeschäftsführer der PDS gewesen bis 2006, bin seit 2006 Landesvorsitzender der Linken jetzt und seit 2009 auch Mitglied des Thüringer Landtages, Sprecher für Sport und Tourismus. Ja, ich denke, dass auch ein gesellschaftliches Engagement sehr wichtig ist, deshalb bin ich auch Mitglied im Kuratorium der Thüringer Sporthilfe und Präsident des Thüringer Gebirgs- und Wandervereins. Danke. Schön, dass wir Herrn Korczewski mit dabei haben und den vierten in der Runde nun auch noch vorzustellen, eigentlich heißt er ja Alf-Heinz Borchert, aber seine Weggefährten sagen Alf Borchert und er möchte für die Freien Demokraten einziehen. Guten Abend, Herr Borchert. Guten Abend. Guten Abend auch, liebe Hörer. Ja, Alf Borchert ist mein Name. Ich stamme aus Niedersachsen, bin 1953 in Oldenburg geboren, habe dann 1974 Abitur gemacht in Farel, einem kleinen Städtchen am Jadebusen und dann zog es mich in die Ferne. Ich habe zunächst Evangelische Theologie an der Universität in Tübingen studiert, aber mit dem Fach bin ich dann doch nicht so richtig glücklich geworden und habe dann ohne Examen dort zu machen gewechselt auf die Rechtswissenschaften, zwischendurch noch meinen Zivildienst geleistet, auch beim Roten Kreuz als Rettungssanitäter unter anderem am Hochrhein und bin seit 1988 als Anwalt tätig, zunächst in Schwäbisch Günd als angestellter Anwalt und bin dann im Frühjahr 1991 nach Pürsneck gegangen und habe mich dort selbstständig gemacht, habe meine Kanzlei dort, mittlerweile sind wir mit drei Anwälten dort tätig und beackern im Wesentlichen das Zivilrecht, also Strafrecht ist nicht so direkt unser Metier. Okay, zur Politik gekommen bin ich schon sehr, sehr bald. 1982 bin ich eingetreten, zunächst, das ist kein Geheimnis, in die CDU, aber da hat es mir dann irgendwann nicht mehr gefallen und dann bin ich in die FDP eingetreten. Ich bin seit 2004 Mitglied im Stadtrat von Pürsneck, mittlerweile stellvertretender Stadtratsvorsitzender und Mitglied im Kreistag, daneben noch Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Pürsneck und im Bau- und Vergabeausschuss des Kreistages und im Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Familie im Kreistag. Lieben Dank, Herr Borchert. Ja, wir merken schon, unsere Gesprächspartnerin und unsere drei Gesprächspartner haben alle einen gescheitenden Beruf, das heißt also, wenn es jetzt nicht mit der politischen Karriere hinhaut, die können ihr Brot so auch verdienen. Frau Stauche, wenn man das so hört, so Landwirtschaft und Gastronomie, geerdete ordentliche Berufe, um jetzt nicht zu behaupten, dass Politik kein ordentlicher Beruf wäre, was ist nun Ihre Kernkompetenz, die Sie da mitgebracht haben, wenn man aus dem ländlichen Raum so ratzfatz über ein paar Jahre Verwaltungsgemeinschaft plötzlich in Berlin sitzt? Ja, also ich denke, meine Kernkompetenz ist, dass ich sehr viel kommunale Erfahrungen habe. Ich bin ja auch seit 16 Jahren stellvertretende Landesvorsitzende der KBV, das ist die Kommunalpolitische Vereinigung der CDU, und bin 17 Jahre jetzt schon stellvertretende Bundesvorsitzende der KBV in Berlin. Ich denke, der Umgang mit Gesetzen, den man von der Bicke auf gelernt hat, besonders als VG-Vorsitzende, dort hatte man ja viel mit Gesetzen zu tun und die Umsetzung der Gesetze. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Erfahrung, und dort habe ich eigentlich auch mein Themenfeld in Berlin. Allerdings ist das kein eigener Ausschuss, weil die Kommunalpolitik ja vordringlich vom Land gemacht wird. Allerdings in der KBV und in der kommunalpolitischen Arbeitsgruppe überprüfen wir alle Gesetze, die wir tun, ob die was mit Kommunalen zu tun haben, welchen Einfluss die auf Kommunales haben. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass man auch mit Gesetzen dann in der Kommunalpolitik auch umgehen kann. Das ist eine Kernkompetenz. Die zweite Kernkompetenz, die ich mir eigentlich mehr oder weniger angenommen habe, Landwirtschaft und ländliche Räume. Also ländliche Räume sowieso, Schwarzer Tal sehr schön, aber sehr viel ländlicher Raum. Aber die Landwirtschaft habe ich mir eigentlich angenommen im Ausschuss schon für Landwirtschaft im Landtag und habe auch ein bisschen praktische Erfahrungen mitgebracht, aber natürlich lange nicht das. Ich bin kein Fachlandwirt, aber wir haben so viele Fachlandwirte im Ausschuss. Aber im Ausschuss für Landwirtschaft geht es ja nicht bloß um Landwirtschaft, dort geht es auch um Ernährung und Verbraucherschutz. Und das ist ein weites Themenfeld. Dort wurden sehr viele Gesetze in den letzten Jahren beschlossen. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Macht Ihnen das überhaupt noch Spaß? Ich meine, Sie sind jetzt, wenn ich das so sagen darf, auch ein alter Hase. Gibt es da nicht irgendwann mal so eine Abnutzungserscheinung, wo man sagen muss, ach, jetzt habe ich so lange das gemacht, jetzt möchte ich mal was anderes machen? Kann ich eigentlich nicht sagen, weil die Aufgabengebiete so vielfältig sind. Und da kommt immer wieder Neues und immer wieder Interessantes. Also mir macht es eigentlich immer noch Spaß, Politik zu machen. Immer noch Spaß, im positivsten Sinne des Wortes. Im Sinne des Wortes Spaß, was Spaß ist, natürlich auch harte Arbeit. Natürlich, also nicht Spaß im Sinne von Spaßgesellschaft. Herr Majewski, Volkswirt, ist das eigentlich ein Hemmnis, wenn man in die Politik möchte? Ist da eigentlich sowas ganz Trockenes und jetzt zu sowas Lebendigen? Ist das für Sie mehr ein Treppchen oder ist das für Sie aus Ihrer Sicht mehr ein Hindernis? Ein Treppchen oder ein Hindernis? Ich glaube, es ist ein ganz vernünftiger Beruf, wenn man das machen will. Also ein ganz zentraler Bestandteil in der Volkswirtschaftslehre ist ja die Lehre von den Staatsfinanzen und wie man einen Staat sinnvoll organisiert, damit er gut funktioniert. Und mit diesem Hintergrund kann man, glaube ich, doch eine ganze Reihe bewegen. Also man muss sich nichts vormachen lassen von vermeintlichen Experten, sondern kann durchaus selber mal hinterfragen, wie das mit dem Euro ist, wie das mit den Außenhandelsbilanzen ist und so weiter. Und kann aber auch bis zur Kommunalfinanz, denn Finanzwissenschaften sind auch ein Bestandteil der Volkswirtschaftslehre, letzten Endes fundiert sich in Dinge einarbeiten, die vielleicht heute noch nicht zum Spezialgebiet gehören. Und ich denke, das ist eine ganz gute Grundlage, um das Thema anzugehen. Gibt es darüber hinaus noch irgendwas, was Ihnen besonders am Herz liegen würde, wenn Sie denn das Mandat in Berlin gewinnen würden? Das ist ganz lustig, dass Sie das fragen, weil man bekommt ja, das geht den Kollegen sicher auch so, jetzt schon richtig viel Post vom Bundestag, wo man immer ankreuzen muss, das möchte ich gerne machen, in den Ausschuss möchte ich, da fragt die oder die andere Gruppe an. Was haben Sie angekreuzt? Und man kriegt ganz viele Wahlprüfsteine, nennt sich das, wo alle möglichen Organisationen und Lobbyisten zu einem Themen stellen. Ich habe tatsächlich angekreuzt, das muss ich kurz überlegen, mein primärer Wunsch wäre der Ausschuss für Arbeits- und Soziales. Das liegt auf der Hand, denn ich arbeite ja bei der Deutschen Rentenversicherung und habe insofern ein gewisses Faible für Rentenrecht und soziale Belange. Der zweite Wunsch, man muss dann so angeben, wenn nicht, dann, das wäre dann Wirtschaft und Technik heißt der, glaube ich. Das hat viel damit zu tun, dass ich eben Ökonom bin und zu sagen glaube, ein bisschen was, ein bisschen was von den Zusammenhängen zu verstehen. Außerdem habe ich bald zehn Jahre in der Industrie gearbeitet. Ich war erst bei der Deutschen Telekom, habe mich da intensiv mit Infrastrukturen beschäftigt und dann bei Tochterfirmen dort, sodass das auch ganz gut passt. Und man kann drei angeben. Der letzte, den ich angegeben habe, wäre Verkehr, Stadtentwicklung und so weiter. Und das ist ein Thema, was uns hier vor Ort natürlich besonders beschäftigt. Da kommt vielleicht die Herkunft durch, dass ich nun Saalfelder bin. Man würde immer sagen Städter, andere sagen, das ist trotzdem noch Land. Und da geht es natürlich viel um Infrastrukturen. Was können wir machen, damit wir hier nicht vollkommen abgekoppelt sind? Alles Themen, auf die wir vielleicht später nochmal zu sprechen kommen. Einigen wir uns doch einfach mal auf Mittelzentrum, Herr Majewski, auch wenn das Wort von einem Fraktionskollegen von Ihnen entwickelt worden ist, auch wenn es mir nicht so persönlich gefällt. Gerne auf Mittelzentrum. Herr Korszewski, Sie haben schon gesagt, Sport, da ist ein bisschen Ihre Domäne. Darüber hinaus noch irgendwas, wo Sie sagen, das ist mein Spezialgebiet, da kann ich punkten, wenn ich denn die Wahl im Wahlkreis 196 gewinnen sollte? Ich habe ja nicht gesagt, Sport ist die Domäne. Sport ist auch ein Hobby. Ich bin jahrelanger Sportler, auch wenn man es mir heute nicht mehr so wirklich ansieht. Wir sind doch Radio, keine Angst. Aktiver Taucher. Und ich habe früher Handball gespielt. Tourismus ist eines meiner Hauptschwerpunkte, weil ich glaube, dass genau in dieser Region der Tourismus eine herausgehobene Rolle zukünftig spielen muss, ganz einfach, um eben genau zu den Dingen, wo ich auch Kernkompetenzen auch meiner Partei und von mir persönlich sehe, auch ein Stück weiter voranzubringen. Das ist die Schaffung von Arbeitsplätzen. Das ist die Schaffung von guter Arbeit, die auch entsprechend finanziert und entsprechend bezahlt wird. Und ich denke, da ist gerade im touristischen Gebiet in Thüringen noch ein Nachholgebiet. Wir haben sehr, sehr viele Highlights in Thüringen, von den Wäldern über die Berge bis hin zum Thüringer Meer. Das alles ein Stückchen weiter zu entwickeln, um Thüringen noch attraktiver zu machen, unsere Region noch attraktiver zu machen. Da denke ich schon, dass ich da auch einiges einbringen kann. Und dann will ich ganz deutlich sagen, eine meiner Kernkompetenzen ist die Frage der sozialen Gerechtigkeit. Da gibt es kein Wenn und Aber. Und da steht bei mir die Rentengerechtigkeit an erster Stelle. Ich kann es zum Beispiel nicht nachvollziehen, dass nach 23 Jahren deutscher Einheit es immer noch unterschiedliche Renten in Ost und in West gibt. Ich denke, hier ist eine Angleichung dringend und schnellstens erforderlich. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Frage der Löhne. Ich selber habe meinen Wahlkreis in Sonneberg und ich merke das täglich. Es kann eigentlich nicht sein, dass zehn Kilometer weiter in Neustadt zwei, drei Euro möglicherweise für die gleiche Arbeit, für den gleichen Job mehr bezahlt werden als in Sonneberg oder Neuhaus. Ich denke, hier ist es an der Zeit, dass es Veränderungen gibt. Und das ist für mich eine ganz wichtige Frage, weil sonst wird es uns nicht gelingen, Menschen hier in Thüringen zu halten, wenn es in anderen Bundesländern eben für die gleiche Arbeit höheres Geld gibt. Und ich denke, da muss etwas getan werden. Und nochmal auf die Rentengerechtigkeit zurückzukommen, das ist ja eine Einheit von Lohn und Rente. Wenn man vernünftige Löhne hat, wird man in Zukunft auch eine vernünftige Rente bekommen, eine auskömmliche Rente. Das heißt also, das gehört beides zusammen. Und ich denke, dass ich da doch einiges einbringen kann und auch einiges einbringen werde. Danke, Herr Koschewski. Herr Borchert, ein Jurist gesetzt den Fall, Sie schaffen es im Bundestag. Die dämliche Frage, die ich auch schon dem Herrn Majewski gestellt habe, eher ein Fluch oder eher ein Segen? Ich denke, eher ein Positivum. Denn durch die tägliche Beschäftigung mit dem, was wir unter anderem aus Bonn und Berlin an Gesetzen auf dem Tisch haben, erkennt man auch oft genug, dass dort ein bisschen, sagen wir mal, großzügig gearbeitet worden ist. Dass manche Gesetze, ich erinnere mich da nur an eins, zwischen Verkündung und Inkrafttreten 52 Mal geändert werden musste. Da waren teilweise Änderungen dabei, die sind lachhaft. Man hatte einfach die Paragrafenzahlen nicht durchgängig gemacht. Da fehlten ein paar. Oder es waren regelrechte Ausdrucksfehler drin, die berichtigt werden mussten. Das ist etwas, was ich nicht unter handwerklich guter Arbeit verstehe. Und wenn ein Gesetz schlecht gemacht ist, dann mag es gerne auch gut gemeint sein. Es wird dann aber nicht den Erfolg haben, den sich der Gesetzgeber damit vorstellt. Von daher wäre Rechtspolitik durchaus etwas, was mich interessieren würde. Wobei, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, Letztlich entscheiden es nicht wir, die Kandidaten, die dann gewählt werden, welchen Ausschuss wir dann zugewiesen bekommen, sondern das wird dann durch die Fraktionen schon entschieden. Ein weiterer Punkt, um den ich mich gerne kümmern möchte, ist die Infrastruktur. Herr Korczewski sprach es an, Tourismus ist eine sanfte Industrie, eine Industrie, die hier durchaus Entwicklungspotenzial nach oben hat. Aber was nützt es, wenn wir Straßenverhältnisse haben, die teilweise grausam sind. Ich war jetzt gerade gestern unterwegs, habe Plakate gehängt. Ich habe da in den kleineren Orten Ortsverbindungsstraßen benutzen dürfen. Die fallen anderswo unter schlechter Feldweg. Das sind Sachen, die sicherlich nicht nur über den Bund zu regeln sind. Da sind auch die Kreise, die Kommunen und das Land gefragt. Aber insgesamt das Problem der Infrastruktur, der Anschließung auch der Städtedreiecks an die Autobahnen, ist ja bisher mehr als beklagenswert. Das verhindert Investitionen, das gefährdet bereits getätigte Investitionen. Und ich denke, dort sollte dringend etwas geschehen. Dort müssen dann auch die Mittel freigesteuert werden, um da etwas unternehmen zu können. Herr Borchert, ganz lieben Dank und auch ganz lieben Dank unseren anderen drei Eingeladenen. Jetzt wissen wir doch zumindest erstmal oberflächlich, wer sie sind. Ein paar Takte Musik. Und dann geht es mal ans Eingemachte. Für den Wahlkreis treten an Frau Staucher, Herr Majewski, Herr Korczewski, Herr Borchert. Und ich sage es ja auch gleich, der Wahlkreis 196, der umfasst nicht nur unser Städtedreieck. Da gehört Sonneberg genauso dazu wie der Saale-Orla-Kreis. Das Politmagazin Cicero hat getitelt, einer der 25 spannendsten Wahlkreise von insgesamt 299. Und deswegen hat natürlich Radio SRB auch jede Menge Fragen an die vier Kandidaten, die, ich sage es bewusst, nur auszugsweise in rund drei Wochen zur Wahl stehen. Aber Frau Karola Staucher möchte das Mandat natürlich verteidigen. Und wenn man da schon ein bisschen so mit dem Namen in der Öffentlichkeit über viele Jahre steht, dann steht man ja auch für die Politik, die die CDU auf Bundesebene macht. Ich weiß, dass viele Bürgerinnen und Bürger in der Region erhebliche Probleme in der Infrastruktur sehen. In Vorgesprächen zu dieser Diskussionsrunde wurde der ICE mal in das Boot geworfen. Die Straßen, nicht nur die Autobahnzubringer oder die Dorfstraßen. Das Verhältnis von Alten und Jungen. Hier fühlen sich viele von der Bundespolitik benachteiligt. Sehen Sie das denn eigentlich auch so? Verstehen Sie da den einfachen Mann oder die einfache Frau? Und wenn ja, was wollen Sie denn nun, wenn Sie es wieder schaffen sollten, in der nächsten Legislatur dagegen tun? Ja, Straßenbau ist natürlich eine langwierige Geschichte. Der Straßenbau ist nicht in vier Jahren begonnen und abgeschlossen oder geplant. Das sind eben Sachen, die dauern etwas länger. Genauso ist es mit der Bahn. Die Bahn ICE wird gebaut seit 1990er Jahren. Die Planfeststellung noch bevor Ihren Bundestagseinzug, wenn ich es richtig auf der Uhr habe. Ach, noch viel früher. Es wurde ja im Land noch geplant, auch bevor ich überhaupt im Landtag war. Das muss man wissen. Man muss auch wissen, Straßen gibt es ja drei Kategorien. Es gibt einmal die Bundesstraßen, dann gibt es die Landesstraßen, für das Land zuständig ist, und dann gibt es Kommunalstraßen. Also es gibt unterschiedliche Kategorien. Und im Bund kann man natürlich wirklich noch etwas für Bundesstraßen tun. Und ich denke, das habe ich die letzten vier Jahre getan. Ich war zwar nicht im Ausschuss, aber mein Kollege Volkmar Vogel ist im Ausschuss. Und mit denen kam man gut zurecht. Wir haben hier sehr viel Geld reingebuttert. Wir haben zum Beispiel in Sonneberg, die ganze Umgehungsstraße ist fertiggestellt worden. Wahnsinnig viel Geld gekostet, aber ganz doll geworden. Es ist in die Autobahn, halbe Milliarde. Jetzt zum Fertigstellen, Schleiz, die Autobahn. War noch eine Engstelle, es war das letzte Stückchen. A9 wird auch nächstes Jahr fertig. Ja, und die große Baustelle war natürlich für mich als Priorität jetzt erst mal die B90 neu. Die B90 neu wird gerätet und geplant auch schon seit 90er Jahren. Muss ich so sagen. Wir hatten hier vorher SPD-Abgeordnete. Wir hatten einen SPD-Bauminister in Berlin gehabt. Ich konnte jetzt erst ansetzen und konnte anfangen. Ich denke, was ich hier erreicht habe, ist schon ganz gut. Denn das Geld ist eng in Berlin. Das wissen wir alle. Und es gibt nicht nur hier schlechte Straßen. Ich kann Ihnen sagen, dass jeder Abgeordnete eigentlich eine B90 neu hat, für die er kämpft. Und das ist sehr schwierig. Auch gegen die eigenen Kollegen in Thüringen. Die haben alle ihre Probleme. Aber ich denke, wir haben ja ganz gut was geschafft, dass wir zumindest begonnen haben. Denn was begonnen hat, wird auch fertig gebaut. Natürlich haben wir in Infrastruktur, gerade in der Straße, noch größere Probleme. Wir haben die 281, wir haben die B88. Alles muss noch in die Reihe gebracht werden. Ich werde dort arbeiten. Ich weiß aber auch, dass ich zum Beispiel den Baubeginn der B281 in meiner Legislatur nicht mehr erleben werde. Aber ich muss kämpfen dafür, dass es vorbereitet wird, gebaut wird. ICE ist richtig auch schon lange geplant. Er fährt jetzt über Erfurt 2017. Das wissen wir. Was wir erreichen müssen, ist eine vernünftige Anbindung an den ICE, egal in Erfurt oder Leipzig. Die Strecke Jena-Leipzig ist ganz wichtig. Aber ich muss Ihnen sagen, ich fahre viel mit den ICE. Ich weiß auch, wie viele Leute hier in Seinfeld einsteigen. Aber wir brauchen dringend, so bin ich im Gespräch mit dem Verantwortlichen Thüringen, der für die Bahn zuständig ist. Ich habe gesagt, wir brauchen eine ganz gute Anbindung im Dakt an die ICE. Zurzeit steigen meine Kollegen aus Erfurt in Leipzig um und dann wird es wohl so sein, dass ich umsteigen muss. So einfach ist das. Aber es geht ja nicht bloß um diese Infrastruktur. Es gibt noch weitere Infrastrukturen. Es gibt nämlich die Infrastruktur für ein schnelles Internet. Und hier haben wir schon sehr viel geschaffen, aber hier müssen wir noch ein bisschen weit. Entschuldigung. Aber 5 Megabit reichen nicht. Wir brauchen eigentlich schnelle Internetleitungen, besonders für den ländlichen Raum. Schon mal einmal die Telemedizin. Die Betriebe, die dort sind, brauchen ganz dringend schnelles Internet. Und hier ist Handlungsbedarf notwendig. Frau Stauche kämpft mit einem Hustenanfall. Das ist eben so, wenn der Wahlkampf den Stress so einfordert, sie muss ein Schlückchen nehmen so lange. Gebe ich doch einfach mal das Wort an den Herrn Majewski. Unzufriedenheit über das, was die Region nicht nur im Wahlkreis, sondern auch ganz speziell hier im Städte-Dreieck angeht, zwischen Saalfeld-Rudelstadt und Bad Blankenburg. Herr Majewski, kann man das als Sozi nachvollziehen oder eher nicht? Das kann man als Sozi sehr gut nachvollziehen, dass es hier Unzufriedenheit gibt. Frau Stauche hat die SPD ja auch direkt angesprochen. Jetzt bin ich natürlich versucht zu sagen, wir werden alles daran setzen, dass sie in Leipzig künftig nicht mehr umsteigen muss, weil wir dann nach Berlin fahren. Aber um auf Ihre Frage zu antworten. Für mich ist der ICE und die Aberkennung oder das Schließen des ICE, so wie es jetzt im Bahnkonzept vorgestellt wird, ein sehr, sehr großes Ärgernis. Ein Ärgernis in vielerlei Hinsicht. Mir ist sehr wohl bewusst, und das glaube ich, dass wir daran nichts mehr ändern können, dass die Entwicklung sehr weit fortgeschritten ist. Hier gab es Versäumnisse aus meiner Sicht und politische Entscheidungen in den 90er Jahren, als die handelnden Personen übrigens nicht der sozialdemokratischen Partei angehört haben, als alles daran gesetzt wurde, eine aus meiner Sicht leidlich überflüssige Zugverbindung zu bauen, die letzten Endes einen Denkmalkarakter hatte. Man sagt im Volksmund ja auch manchmal die Bernhard-Vogel-Gedächtnis-Strecke, die dann über Erfurt gebaut werden sollte, wo Milliarden verschwendet wurden, die seit Jahren auch stillstehen, die Baustelle oder Stand zumindest, bis nun sie jetzt wieder neu in Angriff genommen wurde. Ich halte, ich finde es sehr schade. Ich finde es sehr schade. Ich bin aber Realist und Pragmatiker und sage, wir sind jetzt diesen weiten Weg gegangen. Wir werden es nicht verhindern können, dass Saalfeld hier einen Rückschritt erleben wird in der Bahnanbindung. Wir müssen aber jetzt alles daran setzen, gemeinsam, idealerweise auch mit der Bevölkerung, die Anbindung so gut zu gestalten, wie sie irgendwie geht. Es liegen ja verschiedene Konzepte vor, an der Stelle auch von verschiedenen Parteien. Ich bin da gern bereit, nach allen Kräften zu unterstützen. Ein Konzept wäre zum Beispiel die Zuganbindung, die jetzt in dem Konzept noch vorgesehen sind, eben nach Saalfeld zu verlängern. Es gibt andere Möglichkeiten, eine Taktung bis nach Leipzig oder Nürnberg einzurichten. Ich glaube, hier lohnt es sich, gemeinsam zu kämpfen. Und spätestens seit Stuttgart 21 wissen wir, dass sich auch der Kampf mit der Bahn lohnen kann unter Umständen. Die Autobahnanbindung ist angesprochen worden. Das ist das gleiche Thema. Hier sind die Versäumnisse in den 90er Jahren begangen worden. Ich weiß, dass man sehr, sehr viel auf eine Reihe zu bringen hatte in der Zeit, dass im ganzen Osten extrem viel gebaut wurde. Aber nur ein kleines Beispiel. Beispiel, ich habe in Jena studiert. Ich weiß nicht, wie viele Tage, Wochen, Monate ich in Staus oder in Ampeln auf dieser Strecke verbracht habe. Ja, also das ist ein Thema. Diese Anbindung in ein Ballungszentrum aus unserer Sicht. Wir in Saalfeld, ich rede jetzt mal für die Saalfelder und die Näherumgebung, haben traditionell sehr starke Anbindungen und Bindungen nach Jena gehabt. Zeiss und so weiter. Dort ist die Universität. Dort sind sehr, sehr viele inzwischen auch sehr gut bezahlte Jobs. Und dass diese Anbindung immer noch nicht richtig funktioniert, wenn man sie jetzt gerade fahren will, ist es im Übrigen eine Katastrophe. Also wir sind ja hier auch sehr viele unterwegs. Ich war in Kirchhasel neulich, in Etzelbach und so weiter und haben dort Tür-zu-Türen-Aktionen gemacht und mit den Leuten gesprochen. Es ist fast kein Durchkommen mehr. Und das gilt für viele, viele Punkte. Ich freue mich, dass die Anbindung nach Erfurt nun endlich angefangen wird. Finanziert ist sie ja noch nicht ganz. Wollen wir die Daumen drücken, dass das so bleibt. Also dass die Gelder dann auch fließen, wenn der Wahlkampf vorbei ist und wenn die Wahlen stattgefunden haben. Aber wir müssen hier mehr tun. Wir müssen hier mehr tun. Ich hatte neulich Termine im Schwarzer Tal, wo Knallauffall, Straßen gesperrt wurden und auf einmal kein Durchkommen mehr war. Es wurde nicht gewarnt davor und so weiter. So können wir uns unseren Tourismus auch kaputt machen. Denn wenn einmal ein Urlauber an so einer Vollsperrung stand mitten im Schwarzer Tal und nicht mehr weiß, was los ist, der wird sich überlegen, ob er nochmal zu uns kommt. Frau Staucher hat Breitband angesprochen. Das ist ein Thema, was mir besonders am Herzen liegt. Können Sie sich vielleicht vorstellen, weil ich bei der Telekom jahrelang gearbeitet habe. Das ist alles nicht ohne. Aber ich denke auch, da muss der Staat auch noch ein Stück weit in die Verantwortung genommen werden und hier auch noch zulegen, dass die Investitionen für die Unternehmen hier auch machbar sind. Da kann auch noch mehr passieren als heute. Wir haben dort die Situation, dass durch den unterschiedlichen Techniken und den technischen Fortschritt sich Infrastrukturen leider Gottes auch schnell entwerten. Ich möchte nur an den Ausbau von Glasfaserkabel in den 90er Jahren erinnern. Das war das große Projekt von Helmut Kohl, wo Milliarden dann, dafür konnte er in diesem konkreten Fall nichts, versenkt wurden, weil einfach ein Amerikaner die DSL-Technologie entdeckt hat und auf einmal diese ganze Infrastruktur wertlos wurde. Also muss mit Augenmaß und Sachverstand hier investiert werden. Es gibt inzwischen verschiedene Möglichkeiten durch Funkanbindung und so weiter etwas zu tun. Und wir müssen hier dringend etwas tun. Denn wir haben die Situation, wir haben Ballungszentrum, wir haben die berühmte Perlenkette anlang der Autobahn und wir haben hier Leute und eine sehr schöne Landschaft. Und wir haben hier unsere Kultur und es lohnt sich hier zu leben, aber wir müssen gucken, dass wir die Anbindung an diese Zentren schaffen. Entweder via Internet oder eben via Bahn oder Straße. Wir danken Herrn Majewski. Herr Korszewski, waren Ihnen die Liste der infrastrukturellen Versäumnisse als Linker zu kurz oder möchten Sie noch was ranhängen? Also ich will erst noch mal sagen, dass hier tatsächlich viele Versäumnisse es gegeben hat. Und ich denke, es hätte auch in den letzten vier Jahren mehr passieren können, wo bekanntermaßen ja die CDU in der Regierung war und hätte dort auch etwas verändern können. Die Frage der Einbindung in den Bundesverkehrswegeplan steht jetzt wieder an, sowohl was die Bahnanbindung anbetrifft, als auch Verkehrsanbindung. Und ich sage hier bei der Verkehrsanbindung, bei der Bahnanbindung einfach nur mal, die Frage des ICE-Haltes in Saalfeld ist für mich noch nicht abgegessen, Herr Majewski. Also ich denke, dass da schon noch etwas machbar ist, wenn man sich da auch einbringt. Warum muss der ICE in Jena schlafen, so wie letztens vorgestellt. Also Klartext, wenn Sie jetzt richtig Gas geben, denken Sie, dass das wieder zurückgenommen wird? Ich denke, dass man da noch etwas verändern kann, ja, natürlich. Aber da muss man sich eben auch wirklich extrem dafür einbringen. Die ehemalige Staatssekretärin der Thüringer Landesregierung, Frau Eichborn, hat vor zwei Jahren deutlich gesagt, dass die Thüringer Landesregierung, bekennendermaßen CDU-Landesregierung, sich dort einbringen will. Und dass da etwas verändert werden soll. Nichts ist passiert. Und da sage ich ganz deutlich, hier müssen Veränderungen herbeigeführt werden, auch mit politischen Veränderungen in Personen. Und ich will eins noch dazu sagen, natürlich fehlt mir noch ein bisschen was. Das ist mir ein bisschen einfach. Mir fehlt an dieser Stelle die ganze Frage des öffentlichen Personennahverkehrs. Busanbindungen bis in das kleinste Dorf hinein. Warum werden teilweise Dörfer mittlerweile abgeschnitten von der Landkarte? Ich glaube, das ist nicht notwendig. Das hält auch die Bürgerinnen und Bürger nicht hier in unseren Landkreisen. Ich sage bewusst mal in den drei Landkreisen. Sonneberg, Saarfeld, Rudestadt und Saarler-Orler-Kreis. Und ich will auch noch einen ganz konkreten Punkt nennen. Das ist für mich die Höllentalbahn in Blankenstein, die Verbindung nach Bayern. Hier könnten tausende von LKWs gespart werden, die Holz zur ZPA nach Blankenstein bringen. Mittlerweile nicht nur von Hof, sondern auch von Plauen. Tausende LKWs rollen dort über die Straßen mit Abgasen, die unendlich sind. Und es wäre möglich, wenn diese Strecke, diese Höllentalbahnstrecke wieder aufgelegt wird, dass die Holzschnitzel direkt bis ins Werk gefahren werden könnten. Aber auch hier ist es so, dass es keinen Staatsvertrag derzeitig zwischen Thüringen und Bayern gibt, dass auch hier die Bundesregierung nichts tut, um das hier eingebracht wird. Und ich denke, da bestehen große Möglichkeiten. Es gibt vor allen Dingen ein starkes Interesse daran. Eben nicht nur aus touristischer Sicht heraus, sondern auch aus wirtschaftspolitischer Sicht. Damit können Arbeitsplätze geschaffen werden. Damit können Menschen zur Arbeit fahren. Damit werden Regionen direkt angebunden. Im Moment kommt es mir immer noch so vor, auch wenn die Anbindung jetzt über die B90 oder B88 angesprochen wurde. Trotzdem leben wir derzeit hier in diesem Städtedreieck, um den es dieses Jahr auch geht. Wir leben in einer abgehangenen Welt. Und mit dem ICE-Halt, der wegkommen soll, wird diese Welt noch weiter abgehangen. Da kommt eben kein Tourist dann mehr oder weniger Touristen. Damit wird die Wirtschaft nicht gestärkt. Die Wirtschaft wird nur gestärkt, wenn mehr Menschen in die Region kommen, sowohl hier wohnen, leben und arbeiten, aber eben auch die touristischen Potenziale nutzen. Und hier gibt es einen riesengroßen Nachholebedarf und dafür müssen wir etwas tun. Dann ganz lieben Dank an Herrn Korczewski. Und jetzt fragen wir mal unseren Liberalen als Vierten in dieser Gesprächsrunde. Verstehen Sie diese Unzufriedenheit? Als Anwalt hört man sich doch viel die Geschichten des kleinen Mannes an. Verstehen Sie dieses bisschen am Hintern der Welt zu leben? Naja, ganz so streng würde ich es dann doch nicht ausdrücken wollen. Aber es trifft schon zu. Durch die schlechte Infrastruktur, die zum Zeitpunkt der Wende da war und die aufgearbeitet werden musste und die auch schon zu einem guten Teil aufgearbeitet ist, da sind ja hunderte von Milliarden reingeflossen. Das sollte man nicht vergessen. Was diese Volkswirtschaft in Deutschland geschaffen hat, das war schon aller Ehren wert. Es ist aber noch nicht alles geschafft worden. Und wir haben in Deutschland ein Problem. Von der Idee, eine Straße zu bauen bis zum ersten Spatenstich, vergehen in Deutschland 15, 20 Jahre. Wir hatten unmittelbar nach der Wende die Investitionsbeschleunigungsgesetze. Die sollte man durchaus mal sich wieder angucken, ob man sie nicht heute wieder reaktivieren kann. Vielleicht nicht eins zu eins, aber das eine oder andere Gute war darin. Und dann will ich gleich auf einen weiteren Punkt zu sprechen kommen. Nicht nur die Höllentalbahn ist ein Ärgernis, dass sie nämlich zu ist, sondern es ist für mich insgesamt ein Ärgernis, dass die Bundesbahn seit über 20 Jahren planmäßig den Güterverkehr auf der Schiene reduziert. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnert, als der Herr Medorn seinerzeit Chef von der Bahn wurde. Seine erste Pressekonferenz. Sein Ziel war es, innerhalb von fünf Jahren den Güterverkehr um 30 Prozent zu reduzieren. Ich habe mich gefragt, wo da der Aufschrei war von bestimmten politischen Gruppen. Das haben alle schweigend hingenommen und gedacht, na wird schon. Nur der Güterverkehr wird ja nicht weniger. Das, was die Bahn nicht befördert, wird mit LKWs befördert. Und wenn man die Industriegleise der Firmen kappt, wenn man sagt, nur noch ab 50.000 Jahrestonnen könnt ihr ein Industriegleis haben. Wenn man die Umladepunkte, die Güterbahnhöfe ausdünnt bis zum geht nicht mehr, dann darf man sich nicht wundern, wenn der Straßengüterverkehr in eklatantem Maße zunimmt und darunter leiden auch die neuen Straßen. Ein LKW fährt eine Straße 10.000 Mal mehr kaputt wie ein PKW. Und was wir gerade auch auf der Strecke B281 an LKW-Verkehr haben, zur Versorgung, sei es unter Wellenborn, sei es das Städtedreieck, sei es GGP, da kommen ja Tornagen rüber mitunter LKW an LKW. Das heißt, auch da muss ein Umdenken einkehren. Die Bundesbahn ist ein Dienstleister und sie hat den Dienst an der Gesellschaft zu leisten, in meinen Augen, und hat den Güterverkehr wieder aufzunehmen. Wenn ich heute mit der Bahn verreisen will, dann muss ich meinen Koffer von Pösneck mit dem Auto nach Saalfeld fahren, drei Tage vorher, und dann kann ich dann verreisen mit dem Zug. Dass das nicht besonders bequem und attraktiv ist, spricht, glaube ich, für sich selber. Da wird also auch dieser Dienstleister Bundesbahn wieder viel mehr ins Gebet genommen werden müssen, um attraktiv zu sein, um auch Menschen wieder zu befördern, die sich eben aus verschiedensten Gründen ein Auto nicht leisten können oder nicht leisten wollen. Ist das das Einzige, was Sie jetzt über die Bahn abwettern, was Ihren Infrastruktur stört, Herr Borchert? Bei der Bahn, ja, da könnte man noch einiges mehr finden, was einem nicht gefällt. Nein, ich meine darüber hinaus jetzt. Im Bereich der Infrastruktur. Wir haben jetzt die B90 neu, die jetzt ein weiteres Teilstück bekommt. Aber was nützt uns dieses wunderschöne Teilstück, wenn es dann demnächst fertig ist? Gar nichts. Weil nämlich die Anbindung an die Autobahn fehlt. Eine halbfertige Straße ist sinnlos rausgeschmissenes Geld. Da ist es dringend erforderlich, dass die Finanzierung für den letzten, sag ich jetzt mal, Bauabschnitt, umgehend bereitgestellt wird, damit dort zügig gebaut wird. Denn die Straße, salopp gesagt, die ist kaputt gefahren, bevor sie wieder in Betrieb geht. Also der Abschnitt zwischen Trastdorf und Navin. Richtig. Bis Rand zur Autobahn A71. Das gleiche gilt für die B281. Seit ewigen Zeiten gibt es Planfeststellungsbeschlüsse für einen dreistreifigen Ausbau im Bereich Neuenhofen, Neustadt. Es wird nie umgesetzt, weil immer wieder das Geld fehlt. Dreimal schon waren die Vermesser unterwegs und haben die roten Pflöcke in den Acker geschlagen. Dreimal wurden die auch wieder rausgeackert. Sinnlos ausgegebenes Geld, da denke ich, muss man vernünftiger mit Geld umgehen. Es kann nicht sein, dass so etwas von Behörden veranlasst wird und dann das Ganze, salopp gesagt, straflos über die Bühne geht. Danke schön, Herr Borchert. Die Hälfte der Zeit ist um und ich merke schon, dass zwar das einige oder andere schon etwas diskrepant zwischen unseren vier Kandidaten hier besprochen wird, aber manchmal entdecke ich auch eine ganz große Einigkeit. Da merke ich keinen großen Kontrast der Parteien untereinander. Dabei ist vielleicht jetzt sehr subjektiv aus meiner Sicht gesehen, es liegen doch nun wirklich unwahrscheinlich große Herausforderungen vor uns. Es ist über den ländlichen Raum Nahverkehr, der ja manchmal auch ein Mittelnahverkehr sein kann. Der demografische Wandel geht ja auch über den Nestern außen um uns, gerade Thüringer Wald. Ich muss ja nicht bloß in den Saaler-Orler-Kreis, sondern nach Sonneberg gucken. Ich will ja ganz bewusst hier über unser Städtedreieck, über unseren Sendebereich von Radio SRB reden. Und da, Frau Stauche, wie stellen Sie sich denn vor, diese Herausforderungen jetzt noch besser anzugehen, noch gezielter anzugehen? Was konkret meinen Sie jetzt? Wie sehen Sie diesen demografischen Wandel? Ach, den demografischen Wandel. Was ich jetzt mal, ich provoziere mal, das Missverhältnis zwischen Alt und Jung, die Grundlage für Wegzug von qualifizierten Kräften. Es wird ja immer teilweise am Stammtisch dann erzählt, das Prekariat bleibt da, der Abiturient zieht weg. Ja, das ist richtig. Es gibt einen demografischen Wandel, das ist so. Die Gesellschaft wird immer älter, Gott sei Dank, denn unser Lebensalter aller hat sich erhöht, ganz erheblich. Das ist eigentlich sehr schön. Das bedeutet ja eigentlich, dass wir ein sehr gutes Gesundheitswesen haben, sonst würde das nicht so sein. Das hat sich ja die letzten 20 Jahre, das Lebensalter bald um zehn, über zehn Jahre erhöht. Das finde ich schon mal gut. Es ist natürlich so, dass wir aber hier in der Region auch wirklich gute Betriebe haben. Wir haben Betriebe, die brauchen gute Fachkräfte. Es hat sich so herausgestellt, dass die, die immer ausgebildet haben, gute Fachkräfte ausgebildet haben und eingestellt haben, dass die auch nicht die Probleme haben. Die Probleme haben jetzt die Betriebe, die bis jetzt nicht ausgebildet haben, nicht gut ausgebildet haben, nicht gut bezahlt haben. Dort wird es Probleme geben. Das ist richtig. Aber ich denke, wir sind sehr gut. Ich war ja nur auch den ganzen Sommer unterwegs. Ich war viel in Betrieben unterwegs, war in ländlichen Räumen unterwegs, war bei der Bevölkerung unterwegs. Wir haben gut aufgestellte Betriebe und wir haben einen riesengroßen Fachkräftebedarf. Den haben wir, der wird auch noch größer werden. Und wir brauchen etwas, um die Jugend auch in der Region zu halten. Was sich als besonders gravierend hier in Saalfeld-Rudelstadt herausgestellt hat, was ich dann feststellte, dass sich das auch auf die anderen kleinen und mittleren Städte auswirkt. Und wir haben wirklich Bedarf an gutem Wohnraum. Man glaubt es nicht besonders für junge Leute mit Kindern. Attraktiven Wohnraum. Also nicht die Hornzie mit Klo auf der halben Treppe. Nein, nicht die Hornzie, auch nicht die Plattenbaute. Die Plattenbaute wollen die jungen Leute auch nicht. Die jungen Leute, die Familien haben, wollen ordentliche Wohnungen. Die brauchen ein Arbeitszimmer, die brauchen ein Kinderzimmer. Und hier wird schon einiges jetzt getan in Saalfeld und in der Rudelstadt. Wir müssen natürlich darüber nachdenken, über seniorengerechte Wohnungen. Das ist alles richtig. Aber wir müssen auch darüber nachdenken, über Wohnungen für junge Familien. Ich denke, hier muss auch was getan werden. Wir haben in Berlin ein großes Papier ländliche Räume entwickelt. Und das ist auch alles gut. Und wir werden das die nächsten Jahre, müssen wir das umsetzen in Sachen Förderung in allen. Und dort habe ich auch meine Meinung eingebracht. Die Sache denkt nicht immer bloß an die Seniorenwohnungen. Wir wollen nicht nur die Senioren in den ländlichen Räumen haben. Wir brauchen auch die jungen Familien, die Kinder haben. Und dort müssen wir angenehme Bedingungen schaffen. Infrastruktur. Das ist nicht nur Straße und Bahn. Das ist auch Wohnungen. Das ist vieles, was zum Leben gehört. Auch mal abends ausgehen können, gut ausgehen können oder mal in eine Gaststätte besuchen. Ich sage bloß Kultur. Kultur. Genau, hier sind wir richtig an der Kultur. Wir haben eigentlich viel Kultur zu bieten in Thüringen. Aber es muss auch die Lebenskultur da sein. Nicht nur die alte Kultur, sondern auch die Lebenskultur. Und ich denke, hier müssen wir alle zusammenarbeiten. Kommunen, Land und auch der Bund. Nächstes provokantes Beispiel, Frau Staucher. Was nützt dem Bauern auf dem Kaff, wenn der Bus ab 17 Uhr nicht mehr fährt? Der kommt nicht zum Theater und der kommt nicht wieder heim. Oder der Teenie nicht zur Disco, es sei denn, er fährt besoffen. Also ich denke, hier ist gerade unser Personennahverkehr schon ganz gut aufgestellt. Es ist möglich, jederzeit eine Fahrt zu bestellen zum Theater zum Beispiel, wenn ein Verein das macht. Das ist kein Thema. Aber man kann aber auch nicht verlangen von den Nahverkehr, denn wir müssen das alle bezahlen. In Zuschüssen. Dass jeden Abend von jedem Dorf nach 17 Uhr ein Bus fährt und wenn Sie reingucken, sitzt niemand drin. Dann bezahlen es wir als Bürger mit unseren Steuengeldern. Auch diese Verkehrsgesellschaft muss halbwegs rentabel und so arbeiten, dass sich es auch bezahlen lässt. Also ich denke, ich erlebe es ja nur, ich selbst wohne auf dem Dorf weit ab von der Stadt. Ich habe jeden Tag 20, 30 Kilometer bis in die Stadt und die Leute sind auch beweglich dort, auch untereinander. Also ich denke, das muss machbar sein und das wird auch machbar sein. Wichtig ist, dass das Leben angenehm ist. Ich lebe gerne im Dorf. Ich genieße der soziale Zusammenhalt im Dorf, der starker vorhanden ist als in der Stadt, ganz logisch. Und ich genieße auch das Miteinander dort. Ich habe immer das Gefühl, dass man jetzt gerade, wenn so Bundestagswahlkampf beginnt, dass man dann viele Erwartungshaltungen auf den Bund, also auf unsere Bundesrepublik lenkt. Jetzt mal eine dämliche Frage. Wie viel Prozent kann man denn einem Bundestagsabgeordneten von den ganzen Problemen, die wir im letzten Dreiviertelstündchen besprochen haben, nun wirklich in die Tasche stecken, Frau Stauche? Naja, ich muss sagen, ich nehme mich schon vieler Probleme an. Auch nicht unbedingt der, die mich eigentlich nichts angehen. Also wenn Bürger zu mir kommen oder eine Gruppe oder ein Verein und hat Probleme, bemühe ich mich schon, obwohl es nicht unbedingt meine Aufgabe ist, auch vor Ort zu vermitteln. Denn viele wissen auch nicht die Wege, die sie gehen können. Und dort nehme ich mich schon der Probleme und die Probleme sind viele. Ich habe heute wieder Probleme mit drei, sagen wir es mal so, von drei Bürgern, die letzter Zeit auf mich zukamen, Hartz-IV-Empfängern, die Probleme hatten. Die haben wir auf kurzem Weg gelöst, weil ich den kurzen Draht habe und sie nicht so. Also zumindest versucht zu lösen. Solcher Probleme nehme ich mich auch an. Also es ist schon sehr viel, was auf einen Bundestagsabgeordneten zukommt. Und ich nehme mir eigentlich alle Probleme an. Aber alles kann ich nicht lösen. Das ist nun mal so. Sie wollen ja Abgeordnete werden und nicht Zauberin, ja? Ja, genau so ist es. Frau Staurer, lieben Dank. Ja, die ganze demografische Umbau in der Gesellschaft, das ist ja eigentlich eine Kernkompetenz von Ihnen, Herr Majewski. Sie kommen ja beruflich erst mal mit dem Verteilen von Geld für ältere Menschen. Denkt man da auch manchmal so an die jüngeren Menschen? Ja, natürlich, natürlich. Zum einen bin ich auch noch nicht so alt. Und die Zeit, in der ich in Saalfall noch um die Häuser gezogen bin, liegt auch nicht so. So weit zurück, wobei man sagen muss, das war eine andere Zeit. Als wir da 16, 17 waren, da gab es tatsächlich noch sehr viel mehr Menschen einfach in der Stadt. Und damit eben natürlich auch sehr viel mehr Dynamik und eine andere Situation eben. Mir ist aber ein Punkt wichtig. Wenn wir über demografischen Wandel reden und wenn wir über das Thema Abwanderung stoppen reden, um das zuerst einmal Abwanderung stoppen reden, um das zuerst einmal hinausläuft, müssen wir gucken, wo liegen die Ursachen. Ja, und wenn wir jetzt über den Bus reden, über die richtige Busanbindung, dann ist das alles richtig. Und wenn wir über den ICE halt reden, der eventuell in Frage steht oder der in Frage steht, ganz offensichtlich in Frage steht, weil eben nur noch vergleichsweise wenig Menschen hier einsteigen aufgrund des Wandels und weil es eben nicht mehr so viele Menschen hier gibt, dann müssen wir immer fragen, wo liegen denn die Ursachen. Im Übrigen bin ich nicht dafür oder habe ich nicht gesagt, dass ich den ICE halt nicht will, sondern ich glaube, dass man ihn in seiner jetzigen Form nicht erhalten kann. Ich habe explizit gemeint, Verlängerung der Züge nach Saalfeld, die in jener Übernachtung... Und dabei schaut Herr Majewski an Korchewski an, für alle, die immer noch nicht begriffen haben, dass wir kein Fernsehen sind. Ja, ich bin ja ein politischer Neuling, insofern hoffe ich, dass Sie es mir verzeihen. Punkt ist mir aber sehr wichtig. Also ich glaube, wir müssen über die Ursachen reden und das ist eine Handvoll Ursachen, die auf der Hand liegen. Wir haben seit der Wende, haben wir eine Politik in Thüringen verfolgt, die die große Geschichte von den Niedriglöhnen war. Das Wirtschaftsministerium, die Landesregierung hat damit geworben, kommen Sie nach Thüringen, investieren Sie hier. Hier wird wenig verdient. Hier können Sie Ihre Werkbank einrichten. Und das führt natürlich zu einer Situation, wo die tatsächliche Firmen kamen. Gucken Sie sich aber unsere Landkreise an, die zum Wahlkreis gehören. Von Sonneberg eben bis rüber nach Schweiz. Wir haben eine Gegend, in der von dem Mindestlohn, den die rot-grüne Regierung, wenn sie denn gewählt wird, einführen möchte, wo in diesem gesamten Bereich 43.000 Leute profitieren würden. 43.000 Leute würden besser gestellt werden, würden mehr verdienen, wenn der Mindestlohn von 8,50 Euro kommen würde in unserem Wahlkreis. Das würde einen Kaufkraftzuwachs in dieser Gegend von ungefähr 130 Millionen Euro bedeuten. Jährlich? Jährlich. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dafür können die ein oder andere Kneipe schon mal länger aufmachen. Und dafür kann das ein oder andere Freizeitangebot besser genutzt werden. Und der ein oder andere Bus könnte auch fahren. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Nur da, wo Leute wohnen, wo sie viel verdienen, bleiben sie auch. Da kriegen sie auch Kinder. Und dort lohnt es sich für sie auch wirklich alt zu werden. Alt zu werden ist für mich ein zweites wichtiges Stichwort. Es ist vorhin angesprochen, wir werden älter. Ja, und das ist sehr, sehr gut so. Das finde ich auch. Schließlich habe ich es selber auch vor. Ich hoffe, die allermeisten von Ihnen auch. Aber ein wichtiger Punkt ist doch, dass wir auch über das Thema reden. Wie kann man das Alter dann für sich in Würde und mit dem ausreichenden Kleingeld auch gestalten? Also Stichwort Altersarmut und welche Möglichkeiten werden angeboten im ländlichen Raum oder ganz generell? Hier haben wir eine Situation, da rede ich so ein bisschen aus meiner Erfahrung bei der deutschen Rentenversicherung. Bisher ist es eben so, dass die Rentner im Osten vergleichsweise gutgestellt sind. Dadurch, dass es relativ geschlossene Lebensbiografien gibt. Es gab keine Arbeitslosigkeit, zumindest in den Berechnungen, die die Rentenversicherung nutzt, sodass die Renten relativ, relativ hoch sind, weil eben eine geschlossene Erwerbsbiografie da war. Das ist aber seit 1990 ins Kippen geraten, weil da natürlich Erwerbslosigkeit dazukam. Andere Umstände, Erwerbsminderung und so weiter. Also wir müssen da aufpassen, dass die Menschen im Alter ihr Auskommen haben und genügend verdienen. Dafür hat meine Partei ganz pragmatische, ganz handfeste Angebote gemacht. Ich rede hier von der Solirente, die wir einführen wollen, 850 Euro sozusagen Mindestrente, damit man im Alter nicht vom Staat leben muss. Ein ganz wichtiger Punkt ist mir persönlich, dass wir sagen, wer 45 Jahre versichert ist, der muss auch mit 63 Jahren in Rente gehen können. Und natürlich der Ost-West-Angleich der Renten, der aus meiner Sicht überfällig ist. Da geht es vor allem um den Angleich der Rentensysteme, weniger der tatsächlichen Rentenhöhe. Das muss man auch der Fairness halber sagen. Aber natürlich spielt da auch das Thema Rentenhöhe eine Rolle, denn wenn man den Angleich schrittweise macht, geht das mit einer leichten Erhöhung auch einher. Also das sind mir persönlich ganz wichtige Punkte. Und da habe ich über Betreuung und wie man den Kindern umgeht, Kitas, die man finanzieren muss und so weiter, noch gar nicht gesprochen. Herr Majewski, das werden wir nie in 90 Minuten gießen können. Ich freue mich erstmal wirklich ganz toll, dass unsere vier Kandidaten, Frau Stauche, Herr Majewski, Herr Korschevski und Herr Borchert heute zu uns gekommen sind. Der Wahlkreis 196 ist ja eigentlich viel, viel größer. Sonneberg, der SOK zählt genauso dazu wie der SLF-RU und natürlich auch da, wo Sie uns gerade hören, nämlich in Ihrem Radio SRB. Wir brauchen eine ganz kleine Sekunde Musik, bevor wir dem Herrn Korschevski von den Linken die Möglichkeit geben, jetzt mal kräftig vom Leder zu sehen. Er hat schon mächtig mitgeschrieben. Bleiben Sie schön neugierig da draußen an den Radiogeräten. Wir sind noch eine ganze halbe Stunde für Sie da. Und ich weiß, die Sendung müsste acht oder neun Stunden dauern, damit jeder Kandidat wirklich jede Facette hier präsentieren kann. Leider können wir heute nur ein kleines Schlaglicht machen. Und ich freue mich, dass trotzdem alle vier hier gekommen sind und Rede und Antwort stehen. Der Kandidat der Linke hat das Mikro ergriffen, Herr Knut Korschevski. Sie haben es ja vorhin auch schon gesagt, soziale Gerechtigkeit, das sind für Sie gefühlte Themen der Linke. Ist das für Sie jetzt im demografischen Umbau und bei der Benachteiligung ländlicher Gebiete erstrechen Wutthema für Sie? Also ich will Sie erst mal korrigieren, Herr Bujag, das ist kein gefühltes Thema der Linken, sondern es ist ein Thema dieser Gesellschaft, soziale Gerechtigkeit. Und beim demografischen, wenn wir auf den demografischen Wandel kommen, dann ist es natürlich so, dass wir einen demografischen Wandel in dieser Gesellschaft haben. Aber wir können natürlich auch etwas dazu beitragen, dass sich der demografische Wandel nicht zwischen Bundesländern abspielt, sondern dass er auch gestoppt wird und dass auch in einem Bundesland Bedingungen geschaffen werden, dass eben keine, ich sage mal, Eltern, also keine Altersheime als ländliche Räume entstehen, sondern dass wirklich junge Menschen sich auch in diesen Regionen wie auch in unserer Region ansiedeln. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, dass es auch zum heutigen Tag noch so ist, dass täglich 54 junge Menschen, 54 täglich Thüringen verlassen. Also dagegen muss man ganz einfach etwas tun. Und dazu gehören mehrere Dinge. Dazu gehören die harten Standortfaktoren, die hier auch schon angesprochen wurden. Das ist die Frage einer wirklich entsprechenden Bezahlung, eines entsprechenden Lohnes. Die Linke sagt hier ganz klar, unter 10 Euro Mindestlohn kann man einfach heutzutage nicht mehr leben. Die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt. Damit wird die Kaufkraft gestärkt. Damit könnten, wie gesagt, regionale Wirtschaftskreisläufe angeschoben werden, etc. etc. Dazu gehören aber auch, natürlich auch Wohnraum, wie von Frau Stauche angesprochen. Aber ich sehe das eben dahingehend auch ein bisschen anders. Auch Plattenwohnungen können attraktiv gestaltet werden, wie man an vielen, vielen Bereichen sieht. Ich glaube nicht, dass jede junge Familie eben ausgesprochen nur ein Häuschen bauen will oder aber ausbauen will, etc. Eine gut gestaltete Plattenneubauwohnung ist, glaube ich, auch etwas, was junge Leute durchaus anziehend finden. Es gehört aber auch das entsprechende Umfeld dazu, zu einer Wohnung. Und das ist, glaube ich, heute wichtiger Gendier. Ich umschreibe es mit dem Begriff die Weichenstandortfaktoren. Und zu den Weichenstandortfaktoren gehört es eben auch, dass in ländlichen Bereichen Schulen sind, dass es eine Grundschule gibt, möglichst in Wohnort nah, dass die Kinder nicht so weit zur Schule müssen. Dazu gehört es eben auch, dass die Frage der ärztlichen Versorgung da ist. Wir haben als Linke in Thüringen dort gerade in letzter Zeit einen Vorschlag unterbreitet von Ärztezentren im ländlichen Bereich. Dazu gehört es auch, dass Kultur erhalten wird. Hier nenne ich bloß für unseren Bereich das Theater in Rudolstadt. Rudolstadt ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Standortfaktor in der Region, in der wir hier uns aufhalten. Und das ist eben nicht gut, wenn jedes Jahr wieder darum gekämpft werden muss oder es nicht sicher ist, ob es im nächsten Jahr dieses Theater in Rudolstadt überhaupt noch gibt. Und das Gleiche betrifft eben die Schulen. Es ist eben nicht gut, wenn kleine Grundschulen, auch einzügige Schulen, jedes Jahr darum kämpfen müssen, überhaupt noch zu bestehen. Und gute Schule eben leider, leider im Moment schwierig ist, weil die Thüringer Landesregierung die entsprechenden Lehrerstellen nicht zur Verfügung stellt. Ich glaube, hier muss auch etwas verendet werden. Es wäre ja aber dann Landespolitik und keine Bundespolitik. Das sind natürlich, da greift Landespolitik in Bundespolitik ein. Also das sind immer zwei Teile, zwei Schuhe, die da unbedingt auch zusammengesehen werden müssen. Weil Standortfaktoren sind natürlich sehr häufig auch landespolitisch. Natürlich auch bundespolitisch, wie wir vorhin schon gesagt haben, was die Infrastrukturmaßnahmen betrifft. Aber zur Infrastruktur gehört eben für mich auch der Tante-Emma-Laden in der Gemeinde X. Da gehört für mich eben dazu die Schule, da gehört die Kultur dazu, da gehören auch die Sportvereine dazu. Sportvereine sind Sozialstellen des sozialen Zusammenhalts. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass das erhalten bleibt, weil dann werden sich auch junge Familien ansiedeln, wenn diese beiden Faktoren, die harten Facts und die weichen Facts, tatsächlich auch zusammenfallen. Weil das gehört einfach zusammen, dann bleiben auch junge Familien hier. Wir danken Herrn Koschewski. Mensch, Herr Borchert, die Freien Demokraten haben in der Bonner Republik, also vor der Wiedervereinigung, mal irgendwann den Slogan, die Partei der Besserverdienenden, an die Bagger geklebt bekommen. Wie sehen Sie das jetzt als Liberaler mit den Jungen, mit den Alten, mit dem demografischen Wandel, mit der Abkopplung der ländlichen Gebiete? Dass Sie mir das Stichwort geben, wir sind nicht die Partei der Besserverdienenden, wir sind die Partei derer, die es besser verdienen. Das Problem des demografischen Wandels, es hat zwei Facetten. Zum einen, wir werden älter, Gott sei Dank, hoffentlich auch lange gesund. Zum anderen haben wir seit vielen Jahren immer weniger Geburten. Wir, die wir hier sitzen, werden weder das eine noch das andere ändern wollen, beziehungsweise ändern können. Aber die Kinder, die geboren werden, haben hier, denke ich, schon mal gute Aussichten. Sie haben nämlich gute Schulen, gute Kitas. Da sind wir ganz anders aufgestellt als Länder, die deutlich wohlhabender sind. Nehmen wir nur Bayern oder Baden-Württemberg, wo Kita-Plätze in Größenordnung fehlen. Wir haben auch ausreichend Ausbildungsplätze. Mein Ausbildungsplatz, den ich zur Verfügung gestellt habe, ist dieses Jahr nicht besetzt worden. Woran liegt es? Es liegt zu einem nicht unerheblichen Teil daran, dass viele, die das Abitur heute machen, nicht mehr an eine Ausbildung denken, sondern gleich ins Studium gehen. Ob das unbedingt eine gute Idee ist, darüber kann man streiten. Denn wenn man studiert, hat man auch immer die Gefahr, dass man seinen Examen nicht besteht. Und wenn man es nicht besteht, dann hat man nach einigen Jahren nichts. Also von daher werbe ich überall und immer wieder dafür, Leute, macht nach dem Abitur erst eine Ausbildung, dann habt ihr was, worauf ihr zurückgreifen könnt. Das ist das eine, Bildung. Dann die Fortbildung, die Ausbildung, die Weiterbildung, auch von denen, die bereits berufstätig sind. Da könnte noch deutlich mehr passieren, Zuständigkeit auch der Bundesagentur für Arbeit. Dann war Kultur angesprochen worden. Kultur ist nicht nur das, was der Staat in irgendeiner Konstellation in die Hand nehmen muss. Kultur ist zu einem ganz großen Teil Ehrenamt. Und wer selbst ehrenamtlich tätig ist wie ich, der weiß, wie schwer es ist, Leute zu finden, die wirklich nur für das Ehrenamt sich hinstellen und arbeiten, sich Stunden und teilweise halbe Nächte um die Ohren schlagen, um eine Veranstaltung für viele auf die Beine zu stellen. Und ein letztes, das sei mir ja noch gestattet, der Mindestlohn, der angesprochen worden war. Sie wissen, die FDP ist gegen einen flächendeckenden, politisch festgesetzten Mindestlohn. Und wenn hier der Mindestlohn als Allheilmittel gepriesen wird, so darf man nicht vergessen, dass der Lohn auch Teil des Preises ist, den ich für die Leistung, für die Ware, für die Dienstleistung zahlen muss. Das heißt, wenn der Lohn nach oben geht, dann werden auch die Preise nach oben gehen. Und das Einzige, was ich damit habe, ist eine kleine Inflationsangekurbelt. Ich habe aber nichts wirklich erreicht. Damit will ich bitte nicht diesen prekären Arbeitsverhältnissen das Wort reden, wo Facharbeiter für einen Hungerlohn beschäftigt werden. Aber Mindestlohn, so verstehe ich es jedenfalls, bedeutet, wenn er gesetzlich kommen sollte, gibt es ein Verbot, für uns FDP-Leute schon mal ganz schlimm, ein Verbot, jemanden unterhalb dieses Lohnes zu beschäftigen. Und was ist mit demjenigen, der seine Schule nicht beendet hat, der keine Berufsausbildung hat, der wird dann vom Arbeitsmarkt planmäßig ausgeschlossen, weil für den ist niemand bereit, 8 Euro, 50, 10 Euro oder welchen Preis auch immer, Brutto-Arbeitnehmerbrutto zu zahlen. Dazu kommen ja noch die Abgaben, die der Arbeitgeber zu leisten hat. Das heißt, ich zahle dann plötzlich für einen solchen Hilfsarbeiter, der keinerlei abgeschlossene Berufsausbildung hat, einen Lohn, den heute ein Facharbeiter bekommt. Das kann es auch irgendwo nicht sein. Also eine Lösung ist es nicht wirklich. Ich freue mich ja, dass erst mal ein bisschen Diskrepanz drin ist, dass das, was ich vorhin Kontrast genannt habe, entsteht und dass nicht alle auf der Flöte immer nur dasselbe Loch spielen. Sie sagten jetzt der Unausgebildete. Ich habe es vorhin Prekariat genannt und ich möchte mich dafür nicht entschuldigen. Aber 8,50 für eine Friseuse oder für jemanden, der in einem Hotel die Betten macht oder das Bier an den Tisch bringt. 8,50, Herr Koschewski sagt, 10, Herr Majewski, wie gesagt, 8,50 als Sozialdemokrat. Wäre das für Sie als Liberaler unanständig? Nein, um Gottes Willen. Kein Lohn, der sich in vernünftigen Größenordnungen bewegt, ist unanständig. Nur ich bin der Meinung, dafür ist zunächst einmal nicht die Politik zuständig. Dafür sind die Tarifvertragsparteien zuständig. Und wir haben es doch in der Hand, die Tarifvertragsparteien, Löhne auch für allgemeinverbindlich zu erklären. Gerade im Friseurhandwerk haben wir es doch. Da geht es doch. Und ein Großteil ist tarifvertraglich gebunden. Und diejenigen, die nicht tarifvertraglich gebunden sind, sind in dem Moment mit bei diesem Mindestlohn, wenn er für allgemeinverbindlich erklärt wird, Die Voraussetzungen dafür wollen wir jetzt hier nicht in extenso darlegen. Sie sind ein bisschen kompliziert. Aber das Bundesministerium kann auf Antrag einer Tarifvertragspartei einen solchen Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklären. Und dann gibt es tatsächlich keine Möglichkeit mehr, diese Menschen in dieser Branche unterhalb dieser dort festgelegten, von den Tarifvertragsparteien festgelegten Löhne zu beschäftigen. Das war hohe Politik. Das muss man sacken lassen. Drei Takte Busiek, Herr Sorge aus der Technik. Man könnte trefflich streiten darüber, aber jetzt haben wir uns gerade mal am Mindestlohn anzürnt. Frau Stauche, Sie haben ja, darf ich das so sagen, die ganzen Mindestlohnabwürger der letzten Zeit mit Ihrer CDU-Fraktion mit zu verantworten. Ist das richtig so oder eher nicht? Das stimmt überhaupt nicht. Kann ich überhaupt nicht Ihnen folgen. Denn wir sind in der CDU die Ersten und die Einzigen, die bis jetzt in der Bundesregierung Mindestlöhne beschlossen haben. Wir haben mittlerweile für 14 Berufsgruppen Mindestlöhne. Und das bleibt nicht bei 8,50 hängen. Es kommt ja auf die Berufe drauf an. Mit 8,50 ist überhaupt nicht das geregelt, was zu regeln ist. Ist das populistisch? Ist das einfach nur eine Zahl? Also ich sehe es als eine Zahl. Ich finde auch nicht in Ordnung, dass die Politik die Mindestlöhne festlegen sollte. Hier gibt es wirklich Fachleute. Hier gibt es Gewerkschaften, die wichtig sind. Und hier gibt es Arbeitgeber. Und die kennen sich aus in den Branchen. Die kennen sich aus, was verkraftet werden kann von der Wirtschaft. Und die sollten die Mindestlöhne festlegen. Und die für allgemeinverbindlich zu erklären im Bundestag. Das ist überhaupt kein Problem. Das läuft schon. Wir haben 14 Berufsgruppen. Unter anderem auch die Gebäudereiniger. Die haben nämlich einen höheren Mindestlohn als 8,50. Wollte ich nur sagen, wenn es auch auf dem Plakat der SPD plakatiert ist. Die haben sich auch sehr aufgeregt. Die haben nämlich eigentlich einen höheren Mindestlohn. Und hier finde ich das so in Ordnung. Auch ist es eine Aufwertung der Gewerkschaften. Damit der Arbeiter auch wirklich, die Gewerkschaften haben ein Problem. Die haben ein Problem, dass die Arbeiter nicht mehr erkennen, wie wichtig sie eigentlich sind. Und deshalb ist es auch wichtig, dass die Gewerkschaften und die Arbeitgeber in einem Boot sitzen, die Mindestlöhne festlegen und wir sie für allgemeinverbindlich erklären. Und dass das funktioniert, zeigen die 14 Branchen, die jetzt schon einen Mindestlohn haben. Also wir sind auch für Mindestlöhne, aber durch die Gewerkschaften und die Arbeitgeber festgelegt. Und wir beschließen es dann im Bundestag als allgemeinverbindlich. Und das ist überhaupt problemlos. Das Zweite, was vorhin noch einmal angeschnitten wurde, da müsste ich auch etwas dazu sagen, das sind die Renten. Gerne raus damit. Herr Majewski, Sie sagten, es ist keine Angleichung der Renten, eine für sich, sondern der Rentensysteme. Aber Sie wissen auch, dass die Ostdeutschen zurzeit noch einen großen Vorteil im Rentensystem haben. Denn die Renten der Ostdeutschen wären mittlerweile immer noch seit dem Einigungsvertrag mit dem Faktor 1,17 erhöht. Also wenn wir ein vollkommenes Angleichen der Rentensysteme hatten, hätten die Ostdeutschen Nachteile. Genau aus diesem Grund haben wir es jetzt noch nicht gemacht, weil wir noch nicht die Lösung gefunden haben, dass wirklich der Ostdeutsche dann auch das gleiche Importmanier hat. Und das Problem, Sie haben es schon gesagt, was jetzt auf uns demnächst zukommt, sind die prekären Lebensentwicklungen in den neuen Bundesländern. Dass viele dabei sind, die eine Unterbrechung haben. Viele dabei sind, die keine Rentenversicherung gezahlt haben, wegen Hartz IV. Und hier müssen wir uns Gedanken machen. Hier ist wirklich die Sicherung. Und wir haben genauso den Vorschlag 850 Euro. Bloß wir müssen es genau definieren. Denn es kann nicht sein, dass jeder 850 Euro Mindestrente gibt. Es gibt auch Leute, die anders vorgesorgt haben. Die zum Beispiel ein Haus haben, wo sie zwei, drei Monate vermieten. Das kann nicht die gleiche Mindestrente sein wie bei den anderen. Man muss die verschiedenen Lebensläufe sehen. Es muss dort was gefunden werden. Und ich denke, wenn wir in den Renten, die Mütterrente der vor 92 geborenen Kinder einführen, das bedeutet für eine Frau, die ein Kind geboren hat, 50 Euro im Monat. Hier könnten wir schon sehr viel gegen die Elternarmut tun, wenn wir diesen Frauen helfen. Das wird eine Geschichte sein, die wahrscheinlich sehr schnell angegangen wird. Dort würde ich mich auch in der Gruppe der Frauen einsetzen. Denn sie sind sehr stark dafür und die kämpfen sehr stark dafür. Das wird wahrscheinlich das erste Projekt der Renten sein, was verwirklicht wird. Frau Staucher macht aus ihrem christdemokratischen Herzen auf jeden Fall keine Mördergrube. Herr Majewski, Sie können sich jetzt raussuchen, womit Sie anfangen als Sozialdemokrat. Also mit den Renten oder mit dem Mindestlohn? Ich fange mit der Mördergrube an. Ich glaube, das Problem ist das, was Sie angesprochen haben, dass Sie noch keine Lösung gefunden haben. Ich glaube, das ist das Problem. Und zwar seit vier Jahren nicht. Also sowohl beim Thema Renten als auch beim Thema Löhne. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also das Thema, ich glaube, der Mindestlohn ist nicht ein Heilmittel, sondern ist ein Stück aktive Lebenshilfe für 43.000 Menschen in unserem Mahlkreis. Und er ist deswegen für Sie absolut wichtig und würde Ihre Lebenssituation unmittelbar, unmittelbar verbessern. Und das Thema, dass ich das noch erleben darf, das finde ich auch sehr schön, dass Frau Staucher sich zum Anwalt der Gewerkschaft macht. Nun sind die bei uns leider nicht so stark, wie ich mir das wünschen würde. Und das ist genau das Problem, über das wir hier reden. Wenn Sie sagen, Sie wollen einen Mindestlohn, der pro Branche mit den Arbeitgebern, Arbeitnehmern irgendwie verhandelt wird, wenn vielleicht und dann vielleicht auch noch allgemein verbindlich, dann ist das ein Flickenteppich, wo wir sagen, nein, wir legen einen Lohn fest über alle. Und es gibt kein Entkommen davon, weil wir so die Gleichheit im Wettbewerb auch schaffen können. Dann kann nämlich ein Friseur genau mit der Friseurkette im Wettbewerb treten, weil beide den gleichen Löhne zahlen und nicht aufgrund unterschiedlicher Marktmacht, dass größere Unternehmen mit extrem niedrigen Löhnen den anderen in die Knie zwingt. Also auch das ist so nicht richtig. Ich glaube, dass der Mindestlohn hilft, die Lebensumstände von, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, in Saalfeld-Rudersstadt im Landkreis 18.000 Menschen unmittelbar zu verbessern. Und ich glaube, denen können Sie nicht erklären, dass ein Spiel von Verhandlungen mit Gewerkschaften oder Tarifpartnern, die es bei uns zum Teil kaum noch gibt, funktioniert. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Ein Lagerarbeiter in der Spedition, der tarifgebunden arbeitet, es gibt dort einen Tarifvertrag, der erhält 5,12 Euro die Stunde mit Ihrer Lohnuntergrenze. Das würde Ihrer Lohnuntergrenze ersprechen, weil es tarifgebunden ist. Es ist ein Tarif, der gilt, den könnte man allgemeinverbindlich erklären. Der würde mit unserem Plan mit dem 8,50 Euro monatlichen Plus von 588 Euro haben, obwohl er tarifgebunden ist. Das ist doch eine Hausnummer. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Das andere Thema zum Thema Rente. Ich habe gesagt, ja, hier geht es um die Rentensysteme. Nur Sie müssen gucken, wie man es macht. Sie hatten vier Jahre Zeit, was daran zu tun ist. Es ist Bestandteil des Koalitionsvertrages von FDP und CDU, dass die Renten zwischen Ost und West angeglichen werden sollen. Frau Merkel hat nicht gestern im Duell, sondern vorher gesagt, dass sie in ihrer Legislaturperiode und während ihrer Amtszeit die Renten zwischen Ost und West nicht mehr angleichen wird. Man muss wissen, wie, und da komme ich darauf zurück. Das Thema ist, man braucht Konzepte, wie man es tut. Die SPD hat eines vorgelegt, die Linke hat es im Übrigen auch. Ich lehne mich zu Herrn Kraschewski nochmal. Wo wir das Schritt für Schritt tun wollen. Wer sagt, es geht jetzt sofort, das ist natürlich schwierig, sondern wir werden das Schritt für Schritt tun, was einhergeht damit, dass keiner schlechter gestellt wird, weder die Rentner im Westen noch die Rentner im Osten. Und wir erhöhen Schritt für Schritt die Renten so bis 2020, dass dann die vollkommene Gleichheit der Systeme und der Berechnung stattgefunden hat. Das ist mir wichtig. So kann man es Schritt für Schritt machen. Die Koalitionsregierung hatte vier Jahre dafür Zeit, das zu tun. Und rausgekommen ist nichts. Herr Majewski, wir könnten uns trefflich streiten. Ich brauche acht Stunden Sendezeit. Ich sage es nochmal. Ich möchte bloß allen Kandidatinnen und Kandidaten die gleiche Redezeit so über den Daumen einräumen. Und Herr Kraschewski, das sind ja auch für Sie. Ich sage ganz bewusst, ich habe das Gefühlte auch nicht vorhin anmaßend oder gar beleidigend gemeint, sondern ich merke nur, dass dieses Pferd ja mittlerweile von Ihren Mitbewerbern auch geritten wird. Sie haben vorhin die Rentengerechtigkeit bewusst angesprochen. Und Mindestlohn ist ja etwas, was kein Abo in irgendeiner Partei ist. Was unterscheidet Sie denn jetzt als Linke bei diesen beiden Themen, Mindestlohn und Rente? Was unterscheidet Sie von den Leuten hier am Tisch? Das ist eine ganz klare Unterscheidung, dass wir diese Fragen als Erste in den Mund genommen haben. Und an der Stelle kann ich nur sagen, links wirkt. 2005 hat damals noch die PDS, die Linke, Linkspartei, damals als Erste die Frage des Mindestlohnes überhaupt in den Mund genommen. Damals wurden wir sogar noch von den Gewerkschaften milde belächelt, geschweige von den anderen Parteien hier an diesem Tisch. Mittlerweile hat die SPD ein Konzept, 8,50 Euro, wir sagen 10 Euro. Das unterscheidet sich in der Höhe, aber zumindest nicht weiter an der Stelle. In der Höhe ja, weil wir sagen, 10 Euro sind Grundforsorge. Die Richtung ist dieselbe. Aber die Frage, dass die CDU mit einmal von Mindestlohn spricht, das ist kein Mindestlohn gesetzlicher, den die CDU will. Die CDU, das ist eine Mogelpackung. Das ist eine Mogelpackung der letzten Jahre, die hier aufgelegt wird. Es wird hier suggeriert, als wenn mit einmal es hier Lohnuntergrenzen gibt, die ein Leben in Würde zum Heute und im Späteren in der Rente möglich machen. Das ist einfach nicht so. Wenn zum Beispiel heute das Friseurgewerbe nach langen Dingen mittlerweile 6,50 Euro hat. Vorher waren es in Thüringen 3,78 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Dann kann man davon einfach ein Leben in Würde nicht gestalten. Weder heute noch mit der Rente. Und ich bin heute gerade mit einer Frau in Saalfeld ins Gespräch gekommen, die hat 35 Jahre gearbeitet. Und die nach 35 Jahren Arbeit, nach der Wende, leider immer nur in Niedriglohnbereichen, beziehungsweise 450 Euro Jobs, kriegt sie eine Rente von 418 Euro. Das heißt Aufhüllbetrag. Richtig. Das heißt Aufhüllbetrag. Was kann man denn davon sich leisten? Ich glaube, das ist überhaupt nicht machbar. Und wenn ich hier auch nochmal nehme, wir reden im Kreis Sonneberg davon, dass wir die niedrigste Arbeitslosigkeit haben, mit 3,8, knapp 4 Prozent Arbeitslosigkeit. Das hört sich hervorragend an. Aber niemand redet davon, dass wir die meisten Menschen im Niedriglohnsektor haben. Fast 7000 Menschen im Kreis Sonneberg arbeiten im Niedriglohnsektor. Das ist der höchste Anteil im Übrigen in Thüringen. Und da sage ich ganz klar, ohne einen wirklich gesetzlichen flächendeckenden Mindestlohn geht das einfach nicht. Und es ist im Übrigen auch kein Untergraben der Gewerkschaften. Es ist sogar eine Stärkung der Gewerkschaften. Weil wer sagt denn, dass diese, ich bleibe mal bei unseren 10 Euro, wer sagt denn, dass diese 10 Euro dann die Untergrenze sind? Die Gewerkschaften können doch und müssen natürlich dann auch mit den Arbeitgebern über ganz andere Dinge noch reden. Ich weiß auch, dass teilweise im Baugewerbe 13, 14 oder 15 Euro an der Tagesordnung sind. Da wollen wir ja im Endeffekt und müssen auch hinkommen. Aber es muss erst einmal eine Grenze nach unten gesetzt werden, dass hier ganz deutlich wird, davon können die Menschen auch leben und müssen nicht aufstocken und müssen nicht Sozialleistungen vom Staat noch erzielen. Das ist menschenunwürdig, aber das fördert natürlich die CDU in dem Moment mit ihren Dingen, die sie hier einsetzt. Herr Borchert, Sie haben Herrn Korchewski gerade gehört und ich möchte ihm dafür lieb danken. Sie sitzen ja nun in der Regierungsverantwortung als freier Demokrat. Wie kommt so etwas bei Ihnen an, wenn die Linke ja so einigermaßen vom Leder zieht? Gut, Meinungen darf man haben, dafür sind wir Liberale. Nur, ich gehöre zu denen, die das zu Ende denken wollen. Wenn wir den Lagerarbeiter, den ich persönlich nicht kenne, wir nehmen einen anonymen Lagerarbeiter, der wird im Zweifelsfalle nicht Facharbeiter für irgendetwas sein, er wird im Zweifelsfalle überhaupt keine Ausbildung haben. Wenn wir den nehmen, der jetzt einen Lohn hat, der sicherlich nicht sehr üppig ist, da sind wir uns einig, dann müssen wir uns fragen, was passiert mit diesem Lagerarbeiter, wenn plötzlich der Mindestlohn bei 8,50 oder bei 10 Euro landet. Behält er dann auch seinen Arbeitsplatz? Verliert er dann nicht diesen Arbeitsplatz? Ganz einfach, weil der Arbeitgeber sagt, das ist mir zu teuer für die Leistung, die er bringt, die er bringen kann. Und Arbeit ist doch nicht nur etwas, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, sondern es gehört in meinen Augen auch so ein Stück zur Würde, dass man merkt, man wird gebraucht. Und ich kenne selbst Leute, die sehr, sehr wenig Geld verdienen, die aber gerne auf Arbeit gehen, die würden auch gerne mehr verdienen, so nicht. Aber sie wissen auch, dass sie aufgrund ihrer Handicaps, die sie haben, das schlicht und ergreifend nicht erwarten können, ein Geld zu bekommen, das im zweistelligen Euro-Bereich liegt. Wir müssen es zu Ende denken. Und ich denke mal mit Grausen an den großen Metallarbeiterstreik 1982, da wurde die 35-Stunden-Woche durchgesetzt. Was war das Ergebnis? Daimler Benz hat 17.000 Leute entlassen, weil sie Maschinen dann geschafft haben, die arbeiten 24 Stunden durch. Das sind Ergebnisse von solcher Sozialpolitik, die nicht zu Ende gedacht worden ist. Und das ist in meinen Augen das Wichtige. Ich hatte vorhin gesagt, ich habe Theologie studiert und in den apokryphen Büchern bei Jesus Sirach, steht drin, was immer du tust, handle weise und bedenke das Ende. Und das ist wichtig. Herr Borchert, ich würde gerne ein paar Sekunden Ruhe lassen, damit sich das setzt. Leider drückt die Uhr. Die Frau Straucher, die war eben ganz aufgeregt, als Herr Majewski und Herr Koschewski das Mikro in der Hand haben. Und ich wollte ihr doch zumindest Gelegenheit geben, mal darauf zu antworten. Frau Carola Straucher. Also, dass wir nichts für die Angleichung der Renten getan haben, ist einfach verkehrt. Denn Sie wissen alle, wir haben jetzt wieder aufgestockt im Osten mehr als im Westen. Wir haben seit 1990, nach der Friedlichen Revolution und der Deutschen Einheit, hatten wir ein Rentenniveau von 51 Prozent im Osten Deutschlands gehabt. Mittlerweile sind wir auf ein Rentenniveau von 92 Prozent. Also, es wird etwas getan. Und ich sehe es immer noch, Angleichung der Rentensysteme ist von Nachteil für die Ostdeutschen. Und das hat auch die Frau Merkel begreifen müssen. Es ist für Nachteil für die Ostdeutschen. Deswegen geht das nicht so einfach. Weil wir noch andere Lebensbiografien haben. Mindestlohn. Sie sagen, ich wollte keinen Mindestlohn. Das ist einfach verkehrt. Ich habe gesagt, die Tarif, es muss eine Kommission geben, aus Gewerkschaft, aus Arbeitnehmern. Und die müssen sich auf einen Mindestlohn einigen. Und der wird dann für allgemein verbindlich erklärt. Ich bin gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Es gibt wirklich hier riesengroße Schwanereien bei Lohnbezahlung, muss ich sagen. Wenn ich höre, dass in einem Betrieb hier 4, 50 Stunden Lohn für Frauen bezahlt wird, das geht nicht. Das ist für mich nicht. Und das ist auch Wettbewerbsgleichheit. Richtig, natürlich. Aber das ist ja gerade Sache. Sie sagen, es gibt keine starke Gewerkschaft im Osten. Aber das Friseurhandwerk hat überhaupt keine Gewerkschaft mehr. Und wir haben es trotzdem geschafft, hier einen Mindestlohn einzuführen. Es geht. Aber natürlich, er wird nächstes Jahr 8,50. Ich weiß nicht, ob Sie da schon... Ich denke, meine Herren, wenn wir da ein Mikro in der Hand haben, würden uns die Leute besser tun. Aber wir wollen nicht, dass zu jeder Bundestagwahl jede Partei Werbung macht mit dem meisten Mindestlohn, den er bezahlt, und überhaupt keine betriebswirtschaftlichen Sachen damit beibedacht werden. Das kann nicht gehen. Man muss auch betriebswirtschaftlich denken. Man muss auch an den Erhalt der Arbeitsplätze denken. Und ich kann Ihnen nur sagen, sollte das alles eingeführt werden von Erbschaftssteuern und Steuererhöhungen. Ich habe Betriebe, die haben gesagt, mit einem Bescheid vom Finanzamt zur Erbschaftssteuer kann ich gleich in die Insolvenz gehen, meine Söhne mit. Dann brauchen wir gar nicht mehr weiterzumachen. Das sind alles so Sachen, die man bedenken muss. Bedenke das Ende. Herr Porsche hat es gesagt. Frau Staure, wir sind bereits fast in der Zugabe. Ich mache jetzt einfach mal was, wofür mich die Sendeleitung auf den Kopf hauen wird. Ich lege fest, dass wir überziehen und unsere 90 Minuten einfach noch ein bisschen ausdehnen mit der Bitte, dass immer nur einer spricht und mit dem Mund ins Mikro, damit die Damen und Herren da draußen im Internet und im UKW das auch alles mitbekommen. Und Herr Majewski hat eben ganz aufgeregt hier auf dem Stuhl herum und hat was gegluckert. Und ich möchte ihm schon die Gelegenheit geben, kriegen wir es in 60 Sekunden hin, ganz schnell. Jetzt haben Sie die Gottschalk-Lizenz zum Überziehen. Sehr schön. Rente ist mir ein wichtiger Punkt, weil hier einiges durcheinander geht. Was Sie behauptet haben, ist schlicht und ergreifend falsch. Und es ist auch unlauter, weil Sie es in Verbindung bringen, als sei die CDU und die Bundesregierung dafür verantwortlich, dass die Renten im Osten nachhaltig gestiegen sind. Es ist nicht so. Es ist nicht so. Natürlich sind die Renten permanent gestiegen im Zuge der Wiedervereinigung und der wirtschaftlichen Entwicklung, weil sie an die Löhne gekoppelt sind. An die Löhne. Und damit hat weiß Gott die CDU nichts zu tun, dass die Löhne in der Vergangenheit gestiegen sind. Ein anderer wichtiger Punkt, die von Ihnen vorhin erwähnte Steigerung, die vor kurzem zum 1.7. stattgefunden hat, ist eine jährliche Anpassung der Renten basierend auf einer Rentenformel. Im Übrigen leicht gepuffert und verhindert, dass die Renten sinken können von einem sozialdemokratischen Arbeitsminister. Durch diesen Umstand ist die Rente für Ost um 3,29 Prozent in diesem Jahr gestiegen und im Westen nur um 0,25 Prozent gestiegen. Und das ist ein Sachverhalt, der mit einem Ost-West-Rentenangleich nicht das Geringste zu tun hat. Und ein Umstand, mit dem vor allem die CDU-Regierungen in der Vergangenheit überhaupt nichts zu tun haben. Herr Korczewski hat vorhin auch auf den Stuhl rumgerutscht. Und ich weiß, das hat mit Gottschalk nichts zu tun, lieber Herr Majewski, weil das ist ein Bürgermedium. Und wir machen das eigentlich nicht, weil bei uns zu Hause die Heizung ausgefallen ist, sondern weil wir allen Leuten die Möglichkeit geben wollen, sich zu informieren, hier auch im Wahlkreis. Und Herr Korczewski, dann sollen Sie auch mal richtig auf den Stuhl rumrutschen und jetzt sprechen dürfen. Ja, das mache ich gerne, weil ich will da einfach nochmal darauf zurückkommen. Die Frage des Lohnes, eines Mindestlohnes. Es ist gekoppelt an die Rentenentwicklung. Jemand, der unter 10 Euro Mindestlohn bekommt und diesen 35 Jahre lang bekommt, der wird in der Rente maximal 800 Euro bekommen, nach 35 Jahren. Und ich glaube, das ist eine Geschichte, die ist einfach nicht koscher. Davon kann niemand leben. Und wir wollen auf der einen Seite, wollen wir die Rentensysteme entlasten, wir wollen die Staatsschulden verringern, aber Sie mit Ihrer Politik, Frau Stauche, tun etwas dafür, dass Leute sich aufstocken müssen, dass sie Sozialleistungen in Kauf nehmen müssen, dass sie zum Arbeitsamt gehen müssen und, und, und. Und ich sage hier auch an dieser Stelle nochmal ganz deutlich, wenn Sie davon reden, von Steuererhöhungen, natürlich, weil nämlich die Reichen, die Besserverdienenden, endlich auch einmal zur Kasse gebeten werden müssen. Und etwas für das Gemeinwohl mittun müssen. Und da geht es eben nicht darum, dass der kleine Bürger, der kleine Bürger damit belastet wird. Das Steuersystem, welches die Linke favorisiert und was unser Konzept ist, besagt, dass jeder Bürger, der unter, ich sage bewusst, unter 6.000 Euro verdient, von unserem Steuersystem entlastet wird. Und nur all diejenigen, die monatlich über 6.000 Euro haben, werden belastet. Und das ist auch gut so. Herr Borchert, auch die, die nicht auf den Stuhl in der Nähe rutschen, kommen bei uns zu Wort. Ja, zwei Sätze. Die Rentenbiografien sind sicherlich unterschiedlich. Und wenn jemand keine Berufsausbildung hat, nichts in seine Berufsausbildung investiert hat, dann wird er es, egal wie, nicht erreichen, dass er große, fette Löhne verdienen kann. Wir müssen vielmehr, denke ich, unten anfangen. Wir müssen die jungen Leute motivieren, sich gut ausbilden zu lassen. Dazu muss man sich selbst mal auch auf den Hintern setzen und büffeln. Macht nicht unbedingt Spaß. Diskodieren ist lustiger. Aber es geht auch, dass man ohne Schaden an Leib und Seele zu nehmen, einen Berufsabschluss macht, einen Schulabschluss macht und dann einen Berufsabschluss macht. Das ist, denke ich, das Wesentliche. Und wenn wir dort gemeinsam arbeiten, dann erledigen sich die Probleme mit den prekären Arbeitsverhältnissen für diejenigen, die eben keine Berufsausbildung haben, die teilweise noch nicht einmal einen Schulabschluss haben und die trotzdem irgendwo eingebunden werden müssen in unsere Gesellschaft und nicht nur einfach zu Hause sitzen sollen und Däumchen drehen oder Schlimmeres machen. Herr Borchert, ich möchte natürlich vielen Dank für Ihre Einlassung, natürlich auch zu Verstauchen noch mal Gelegenheit geben zu den Anwürfen, noch eine halbe Minute was zu sagen. Eigentlich muss man gar nicht mehr viel dazu sagen. Aber dass die Löhne gestiegen sind, die sind nicht von alleine gestiegen. Die Löhne sind gestiegen in der letzten Zeit, weil gute Bedingungen für die Wirtschaft bestehen. Und gut, das ist das A und O. Wir müssen gute Arbeitsplätze schaffen, wir müssen gute Betriebe, wir müssen den Betrieben die guten Bedingungen schaffen. Und das muss die Politik tun. Die Politik ist dafür verantwortlich, welche Bedingungen Betriebe haben. Und das ist wichtig. Und dann können sich auch gute Löhne entwickeln. Das ist für mich das A und O. Und damit kommt auch mehr Geld in die Rentenkassen. Das Einkommen ist in den letzten vier Jahren, das bundesdeutsche Einkommen ist in den letzten vier Jahren um 11 Prozent gestiegen. Das tut den Sozialkassen gut, das tut der Sozialversicherung gut, das tut den Rentenkassen gut. Wir hatten 2005 eine Situation, dass der Bund der Rentenkasse einen Kredit geben musste, damit die Renten ausgezahlt werden konnten. Wir haben heute eine Situation in den Sozialkassen. Wir haben Überschüsse von 20 und 30 Milliarden in Rentenkasse und in den Sozialkassen. Das sind die guten Bedingungen für die Wirtschaftsentwicklung, die wir geschaffen haben. Denn unsere Wirtschaft in Deutschland hat sich am besten in ganz Europa entwickelt. Trotz Wirtschaftskrise, trotz Finanzkrise. Wir haben es gut gemeistert. Und das sind die Bedingungen, die die Politik in Deutschland geschaffen hat. Das muss man einfach sagen. Herr Majewski, wenn ich jetzt Frau Staucher von den elf Jahren reden höre, da könnten Sie jetzt ganz locker wieder kontern, ja, das ist ja die Saat von Schröder, das ist ja Rot-Grün, was die angeschoben haben oder so. Kann man das denn aufeinander festlegen, was nun wirklich christlich-demokratische oder liberale Koalition oder auch immer? Oder kann man das nun wirklich auf eine bestimmte Partei, in diesem Falle eben ihre sozialdemokratische, festmachen? Ich merke bei vielen Diskrepanzen, ich sage es nochmal, eine recht hohe Schnittsmenge, die alle vier Parteien hier am Tisch gemeinsam haben. Es ist sicherlich richtig, dass die, dass die vor allem die rot-grüne Bundesregierung seinerzeit den Mut gehabt hat, ein paar ganz grundlegende Reformen einzuführen, für die die SPD, aber auch die Grünen natürlich viel gescholten wurden, wo wir auch heute sehen, dass es hier und da Fehlentwicklungen gab, wo wir unbedingt gegensteuern müssen. Auch darüber reden wir ja heute, viele Themen, die wir heute besprochen haben, gingen genau darum. Und ich bin dankbar, dass Sie es sagen, da muss ich es nicht sagen. Ich glaube, dass Deutschland heute so gut dasteht, verdanken wir auch zu einem ganz wesentlichen Punkt, diesen Reformen der rot-grünen Regierung in dieser Zeit. Vielleicht auch Gott sei Dank, denn wenn die nicht da gewesen wären und die Politik der jetzigen Koalition damals schon gegriffen hätte, säß es höchstwahrscheinlich schlimmer aus. Ich möchte aber noch einen Punkt sagen zu dem Thema Einkommen, was hier gesagt wurde. Natürlich ist das Einkommen der Bevölkerung in der Bundesrepublik gestiegen. Es wäre übrigens schlimm, wenn das nicht so wäre aus volkswirtschaftlichen Zusammenhängen. Aber wir müssen uns doch eins im Klaren sein, bei wem kommt dieses Einkommen an? Wir haben seit Jahren eine Entwicklung, wo diese Zuwächse vollkommen überproportional zu den Leuten gehen, die besonders viel verdienen. Wir haben eine Einkommensverteilung, dass über die Hälfte des Einkommens den 10 Prozent reichsten inzwischen gehören. Beim Vermögen ist das Ganze noch schlimmer, da liegt die bei ungefähr 60 Prozent dieser Hürde. Wir kommen in eine Entwicklung hinein, wo die Reichen immer reicher werden und die Armen zumindest das nicht kompensieren können. Die Schere geht hier auseinander und dafür brauchen wir eine vernünftige Sozialpolitik und dafür treten wir an. Und da brauchen wir keine Experimente oder unausgegorene Konzepte wie eine Mütterrente oder wie hieß die Rente von Frau von der Leyen, die letzten Endes irgendwo bei 5 Euro über Hartz-IV-Niveau rauskommt. Sondern ganz klar, wir glauben, dass 850 Euro als Rente, als Solidarrente und dass ein Mindestlohn von mindestens, ich gucke nochmal zu Herrn Koschewski, von mindestens 8,50 Euro. Denn wir schlagen vor, dass diese Löhne von einer Expertenkommission, nicht Bundestagswahlen, sondern Expertenkommission im Wirtschaftsministerium festgelegt werden soll, unter Beteiligung der Gewerkschaften und der Arbeitgeber. Das brauchen wir, um vernünftig in diesem Land zu leben. Sonst geht die Schere immer weiter auseinander. Und wir haben eine sehr schwierige Situation, wie wir miteinander weiterleben wollen. Da würde kräftig genickt von der linken Seite, aus meiner Sicht wie auf der politischen. Herr Koschewski, ein gemeinschaftliches Thema? Oder grenzt man sich dann trotzdem ein bisschen von den Sozialdemokraten ab? Insbesondere, wenn die Frage dann aufkommt, wie ist das finanzierbar? Also erstmal muss ich sagen, Sie haben vorhin davon gesprochen, dass die Schnittmengen zwischen allen vier Parteien sehr groß sind. Das sehe ich anders, logischerweise. Ich glaube schon, dass die Schnittmengen der Linken zu CDU und FDP sehr, sehr klein sind. Aber es durchaus die eine oder andere Schnittmenge zur SPD gibt. Das haben wir auch nie abgestritten. Wir haben es gesagt, die Richtung ist die gleiche. Allerdings muss ich natürlich dazu sagen, die SPD ist natürlich mit ihrer Harzgesetzgebung insgesamt daran schuld, dass es hier auch eine bestimmte Richtung eingeschlagen hat und dass Menschen überhaupt in solche Situationen gekommen sind. Und deshalb muss ich sagen, diese Harzgesetzgebung gehört zurückgedreht. Hier gibt es andere Dinge. Und es gibt natürlich auch Unterschiede zur SPD und zur Linken. Und da sage ich hier ganz klar, ich bleibe weiter dabei, die 8,50 Euro, die die SPD fordert, die hat die Linke vor zwei, drei Jahren gehabt. Seitdem hat es eine Inflationsentwicklung gegeben. Es hat eine gesellschaftliche Entwicklung gegeben. Es ist nicht mehr zeitgemäß, diese 8,50 Euro, sondern 10 Euro ist das zeitgemäß. Und da geht es eben nicht darum, hier höher, schneller, weiter. Sondern es geht darum, dass Menschen auch von ihrer Hände Arbeit leben können müssen und dass sie damit auch für die Gesellschaft etwas tun. Und wer mehr in der Tasche hat, wird auch mehr ausgeben. Und wer mehr ausgibt, tut auch etwas für die einheimische Wirtschaft und für die einheimische Entwicklung auch von Unternehmen, von kleinen Läden, von größeren Läden insgesamt. Der wird das Geld in den wenigsten Teilen, wird er es auf die Straße, wird er es anlegen. Und ich sage ganz klar, und da stimme ich Herrn Majerski ausdrücklich zu, es kann nicht sein, dass die Reichen immer reicher werden und nicht dazu beitragen oder nur sehr wenig dazu beitragen, dass das Gemeinwohl gefördert wird und auf die kleinen Leute immer mehr abgedrückt wird. Ich sage hier nur Spitzensteuersatz. 51 Prozent Spitzensteuersatz ist im Übrigen der, der mal von Kohl eingeführt wurde. Der ist in der Regierung jetzt immer weiter runtergedrückt worden. Das ist das Minimum, was man erwarten kann. Ich danke Herrn Kauschewski. In Borchardt steht das Schlusswort zu. Ist das mit so einer kausalen Kette, wenn wir mehr Löhne zahlen und am Ende wird dann mehr verzehrt und mehr ausgegeben und weniger auf die hohe Kante gelegt, ist ein System so zu finanzieren? Das glaube ich nicht. Zum einen, höhere Löhne bedeuten höhere Preise. Da gibt es einen direkten Zusammenhang. Wenn ich aber für das Glas Bier im Wirtshaus, für die Bratwurst, am Bratwurststand einfach 20, 30, 40, 50 Cent mehr zahlen muss, ja dann ist meine schöne Lohnerhöhung, die ich über den Mindestlohn bekommen habe, aber ratzfatz weg. Das bringt es nicht wirklich. Der Mindestlohn ist eine Idee, die ein Symptom bekämpft, aber nicht die Ursache dieser Krankheit. Die Ursache der Krankheit ist, dass wir viel zu viele Leute haben, die keine adäquate Berufsausbildung haben. Und da wird in meinen Augen auch durch die Bundesanstalt viel zu wenig unternommen. Es werden sinnlose Fortbildungen gemacht, wo man 58-Jährigen beibringen will, wie man mit dem Computer umgeht, die aufgrund ihrer Vorbildung niemals einen Computerarbeitsplatz werden belegen können, wenn man ihnen nicht eine solcher Berufsausbildung zunächst zugänglich macht. Das heißt, Mindestlohn, reine Symptomatik hilft uns nicht bei den Ursachen. Ich muss mich an der Stelle erstmal ganz lieb bei allen Vieren bedanken. In der Reihenfolge Ihres Auftretens Carola Stauche, Christoph Majewski für Knut Korrschewski und Alf Borchert. Und ich weiß, wir könnten noch eine ganze Zeit lang streiten. Was das Interessante ist, ist aber das Schlusswort, das wir in unserer Vorbesprechung schon gefunden haben. Und da muss ich mich übrigens ganz vorbehaltlos anschließen. Wir alle Fünfe einer Meinung. Meine Damen und Herren, liebe Freunde des gepflegten Rundfunks, gehen Sie bitte wählen. Wenn Sie nicht wählen gehen, ist es nämlich nicht so, dass Sie keine Stimme abgeben. Sie erlauben anderen, das Stimmverhältnis zu Ungunsten zu wenden. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Es gibt Briefwahl, wer wirklich an dem Tag feiern möchte und bis 18 Uhr liegen bleiben möchte am Vorabend. Es gibt tausend Varianten. Ich möchte der Dame und den drei Herren ganz, ganz lieb danken, dass Sie sich den Abend heute für uns freigehalten haben. Und vor allem für Sie da draußen, die Hörerinnen und die Hörer von Radio SRB. Wenn Sie unterdessen erst eingeschaltet haben, morgen am Dienstag um 14.05 Uhr, kurz nach zwei am Nachmittag, wird diese Sendung nochmal wiederholt. Und wer da keine Zeit hat, der schaltet am Mittwochvormittag ein. Mittwoch um 10.05 Uhr. Lieben Dank nochmal an den Markus Verlag, er war uns ein brillanter Gastgeber, meinem Freund Jörg Sorge an der Technik, auf die Schulter geschlagen. Und Ihnen vor allen Dingen, dass Sie so schön neugierig waren und 44 Minuten über die volle Stunde noch dran geblieben sind. Gute Nacht, Ihr Didi Bujak. Gute Nacht, Ihr Didi Bujak.